Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt Hallo, guten Tag Preisfrage Wer war der erste Besuch, den wir hier im Banausen-Studio vor Ort hatten in der Episode 4 insgesamt, die wir jemals on Air gestellt haben und da zähle ich unseren On Air Pilot dazu also der normalerweise gar nicht on Air sollte normalerweise von den offiziellen Episoden wäre es ja erst die dritte da hatten wir schon jemanden vom Mikrofon an alle Hörer da draußen jetzt wäre es wirklich komisch, wenn es jemand anders wäre als die Person, die wir heute da haben ist definitiv recherchiert und jetzt haben wir Episode 282 also das ist einige Episoden später und immer noch in unserer Seite ich freue mich sehr, dass wir sie endlich mal wieder zu Gast haben Yeah Nora Guten Tag Guten Tag So lange habt ihr jetzt die Klingel auch schon Ja, da ist uns die Klingel Unsere Einigungsklingel hast du uns geschenkt Die Einigkeitsklingel Richtig, ja, ja Kommt immer mal wieder zum Einsatz Aber ich wollte gerade sagen, wird die überhaupt jemals benutzt? Doch, doch Ja, wir sind uns halt nicht immer einig Aber wenn wir uns einig sind, wird die immer benutzt Ja, ich muss zugeben, dass ich das zu selten und zu unregelmäßig höre, leider Dis Dis sagt die Wurz Ich finde euch scheiße Storno, Storno Ja, Nora hatte ja auch selber einen Podcast, mit dem sie beschäftigt war Nee, der wurde frisch beerdigt, leider Hab ich gehört, aber warst ja da auch eine Weile involviert Ja, stimmt, ich hatte zu tun Da ging es aber nicht um Filme, sondern um Fußball Fußball Um Fußball Und jetzt geht es aber nicht mehr um Fußball ist tot Fußball ist vorbei Okay, gut Hertha ist abgestiegen, Thema durch Genau Erledigt Tja, was sagst du zu Bayern? Das Schlimme ist, ich bin so emotional involviert natürlich, dass ich denke, wenn Hertha schon Absteigt, dann wenigstens in der Saison, in der Dortmund Meister wird Ich weiß, dass ich mir mit dieser Aussage Feinde mache Einige Ja Und ich weiß, dass es komplett eine kopflose Aussage ist Aber das ist so ein Trotz einfach Aber frag mich mal in einer Woche nochmal Und dann bin ich nicht mehr ganz so traurig vielleicht Also bist du eine, wenn du deine beste Freundin so beim Ladendiebstahl erwischt wirst, dann Nee, wenn du erwischt wirst, dann schreist du auch so Ja, die hat auch was, die hat auch was Ja, genau Frau Lehrerin, Sie haben gar nicht nach den Hausaufgaben gefragt So Nee, aber wie gesagt Ja, es ist einfach eine komplett emotionale Aussage Die natürlich nicht ansatzweise zu rechtfertigen ist Aber ich bin traumreich Ja, kann ich mir vorstellen Na gut Genug Fußball, jetzt bist du im Filmpodcast und im Serienpodcast Und hast ja auch gut ohne uns gemeistert Hast ja auch bewiesen in der eigenen Jubiläumsfolge, wo wir uns hier vornehm zurückgehalten haben Ja Oh Gott, stimmt, das habe ich auch schon wieder verdrängt Hast du vergessen, dass du mit Isar, Nora und Weiß Verdrängt Ist das ein gutes Zeichen, dass du das verdrängt hast? Nee, wir hatten ja kurz aufwärts schon das Schlafmangel-Thema Daher gehören noch mehr Loch als vorher Nicht mehr Sieb-Loch Ähnliche Basis wie Isar Also gleiches Problem in den letzten paar Jahren Und ja, da waren wir ja nur das Sitcom-Publikum, die und ich Stimmt Das war lustig aber Ja, das war sehr gut Kram gut an Viele waren erstmal überrascht, aber Weißt du auch noch, welche Folge das war? Die wievielte? Das war eine Runde, aber War irgendeine Jubiläumsfolge Das war, glaube ich, die 150. Weiß ich nicht Ich glaube, das haben wir zu 150. Du guckst mich fragen dann, Alter Was gucke ich dich fragen? Ja, eben Also mein Gehirn ist auch wie Wenn man ein Kind gekriegt hat Nur ohne Kind halt Ja Ich gucke die Frank an und die's Blick ist nur so Dobre dan Schöne Sache, Alter Diese Affe mit dem Becken Kling, kling, kling Bei Homer im Kopf Schön Völlig leer hinter den Augen Mhm, danke Aber es ändert sich natürlich in dem Moment, wenn du Filme rezensierst Oder wenn ich den Namen falsch ausspreche, dann bist du wieder voll da Ja, dann bin ich hellwach Da ist das Gehirn wieder hellwach hergestellt Okay, okay Klar Pass ja auf, wie du die Schauspieler aussprichst Das ist ein ständiges Work in Progress Work in Progress, sagt er Ja siehste, ich sag nur Statham Ja gut, jetzt hast du mal den einzigen Eindruck, wo du mal von mir gelernt hast Warte, Jason Statham, oder was? Und normalerweise sagt man Statham, oder wo ist jetzt da der Viele sagen Statham Ich hab Statham gesagt, glaube ich sogar Aber, äh, noch beschissener Also wie auch immer, er heißt Statham Statham, okay Ja, so ist das Aber ich hab mal hier bei, äh, bei Seven Beauties Hab ich jetzt mal reingehört, weil du ja da gesagt hast Ich hab ja den italienischen Titel genannt Ich war der Meinung, ich hab den italienischen Titel relativ gut ausgesprochen Und du meintest irgendwie sowas wie Ja, so ungefähr Und dann hast du ihn ausgesprochen Und da hab ich ihn nochmal vergeben Digga, da ging's doch nicht Da ging's nicht um deine Aussprache Da ging's drum, dass Seven Beauties Mhm Sehr ähnlich ist wie Pascalino Set de Belletze Wo das Set de Belletze halt für Seven Beauties steht Aber da ist ja noch mehr Ach so Der Titel ist ähnlich Ach so, ich dachte, du meintest so von wegen So, ja, nah dran, deine Aussprache So Ne, ich glaub, ich hab so ähnlich gesagt Ja, ja, irgendwie so ähnlich Ja, ja, da ging's aber nicht um deine Aussprache Ach so Dann haben wir uns falsch verstanden Wir haben uns falsch verstanden Nehme ich die Einigungsfläche wieder zurück Ist auch, du bist so geil, Alter Wir haben uns falsch verstanden Wahrscheinlich habt ihr euch in der letzten Folge Zwei Stunden darüber gestritten Und jetzt ist so Hör, war's auch so Ne, ne, ich hab das so hingenommen Ach so Aber dann beim Nachhören dachte ich so Moment, ich hab's eh nicht ausgesprochen wie er Da ist kaum ein Unterschied zu hören Also sei mal nicht so klein nicht Ach Aber das war ja gar nicht aufbezogen Das ist geil, dass er da einen Angriff raushört, wo keiner war Das lässt ja auch schon wieder tief blicken Jaja, ich bin immer in Alarmbereitschaft bei dir Richtig fight of light, Alter Heute haben wir ja eine Schlichterin im Haus Insofern kann nichts passieren Ich schlichte gar nichts Ich wette eher, wer von euch beiden gewinnt Du lädst dich zurück und sagt Fünfer auf dich Fünfer auf mich Pauschal, okay Lass mal so ein Alle anderen Podcasts machen doch so eine dämliche Tour In der sie einfach nur dann auf der Bühne sitzen Ihr müsst so einfach so Wie heißt denn das? Profiboxen Ne, Box Ja, so Boxschach oder so macht ihr einfach Was ist denn Boxschach? Boxschach Wie es heißt, gibt's wirklich Gibt's auch in Berlin, glaube ich Einzug Schach und dann Boxen Und dann wieder ans Schachbrett Und dann wieder in den Boxring und so Ach, okay Okay Das ist wie so zwischendurch immer ein Saufen Dann wirst du halt einfach Hinten raus wird man ziemlich bescheuert Nämlicher und mutiger vielleicht, ja Auch nicht schlecht Euer Eventvorschlag Bewegt Bild Banausen on Tour Guter Plan Dann habt ihr so einen kleinen Zirkuswagen Wo man es so ausklappen kann Ach, wir tun dann mit der Show so Durch den Rest Wie bei Elliot das Schwimmunzelmonster So einen Wagen habt ihr Wo man so alles ausklappen kann Und dann ist der Vorhang Der ist rot Samt Mit so goldenen Trotteln Und dann Kommen Sie, kommen Sie Ladies and Gentlemen Ich verstehe Also so Ihr merkt, das Konzept ist da Ich bin nicht bereit Ich glaube, wir sind 100 Jahre zu spät damit Ja Aber ansonsten klingt das Einer von euch beiden hat safe Einen Zylinder auf Ich habe da gerade eine mega Idee auch Vielleicht können wir, wenn die Shows dann vorbei sind Können wir vielleicht Tinktoon verkaufen Oder Medizin Ja, genau Schlangenöl Ja Ich habe hier ein Haarwuchsmittel Was 100% nicht funktioniert Dieses Mittel wird sie wieder zum Laufen bringen Oh Mann, wie lange habe ich Elliot das Schmunzelmonster nicht geguckt? Ich denke an alle Western dieser Welt Ey, du denkst an Elliot das Schmunzelmonster Überall haben sie doch diese Karren Die so von Stadt zu Stadt Ja, ich habe auch eher an Western gedacht Ja Aber bei Elliot das Schmunzelmonster ist das auch so Mhm Oder wir machen das so wie bei La Strada Da war doch der große Zampano Der immer so Ketten auseinandergezogen hat Oder so irgendwie Stangen verbogen und so Und dann machst du halt so Machst du in so einem Wonsie Machst du halt den Muskelmann Ja, ich fände es realistischer, wenn wir eine Freakshow machen Oh Oder da kommen wir wahrscheinlich schneller hin Nora, wie sieht es aus mit dem Vollbart? Kannst du dir den wachsen lassen? Ich wollte schon immer einen Vollbart haben, du weißt Geht das? Ich will wissen, wie sich das anfühlt mit so einem Vollbart Wir zahlen den Chirurgen Okay Deal Kriegen wir locker auch wieder rein Implantieren lassen einfach Okay Gut Haben wir schon mal einen guten Plan gemacht? Dann würde ich sagen Können wir jetzt auch ins Eingemachte Und können ein bisschen über Filme und Serien reden Und Lief hängt an Mhm Lausche Denn Wir müssen am Ende die Punkte raten Des Anderen Ah, stimmt Okay Ah, stimmt Haben wir Nora schon von unserem neuen Konzept erzählt? Nee, das kennt sie noch nicht Okay Oh Junge, ihr wollt mich komplett überfordern Ja, pass auf Bei den gemeinsamen Filmen Pass auf Bei den gemeinsamen Filmen raten wir die Punkte nämlich vorher Dieser Auftragsfilm? Genau Da musst du uns praktisch einschätzen Du musst sagen Okay, ja, ich kenne die beiden ein bisschen Da und da könntet ihr gelandet sein Bevor du überhaupt irgendwas hörst von uns Okay Und wir müssen deine natürlich auch raten Okay Ja, okay Also das haben wir so ein bisschen auf Du hast einen leichten Vorteil Wenn hier Leute kommen, die uns zum ersten Mal sehen Bei denen ist es ein bisschen ins Blaue Ja, aber andersrum ja genauso Andersrum genauso In diesem Fall müssen wir dich ja auch raten Ja, aber wir kennen ja die Nora ein bisschen Insofern sind wir Schauen wir mal Ja, da kommen wir später zu Spannend Da kommen wir später zu Erstmal Lee mit seinem selbstgewählten Projekt Ja Ryan Johnson Der Herr, den kennen wir Der hat ja auch schon Den einen oder anderen guten Film gemacht Und auch die eine oder andere Episode von einer Serie Breaking Bad zum Beispiel Und jetzt hat er mal vollständig selbst eine Serie gemacht Also es created der Serie Und auch Mitautor Und die Serie heißt Pokerface Ah Ja Das Lady Gaga Biopic Mhm, genau Lustig ist er Pokerface Ja, Pokerface Okay Hierzulande auf Wow Im Original für Peacock produziert Und ja Creator Ryan Johnson Alter, Peacock produziert gerade Entschuldige, dass ich es jetzt einwerfe Aber ich hab's gelesen Peacock produziert gerade Eine Serienform von The Killer John Woo macht die Ja, Mann Mit hier Mit der von Game of Thrones Manuel so und so Ach echt? Ja, die spielt halt die Hauptrolle Die haben halt den Den Killer haben sie ausgewechselt In eine weibliche Killerin Und sie spielt halt Sie ist halt im Zentrum Oh, wie geil Ich bin mir nicht sicher, ob das gut wird Aber ich bin gespannt Ja, also gehört zumindest mal jetzt zu den Neue Adaptionen Die interessanter klingen Als irgendwie das tausendste Remake Von irgendwas Frankenstein Das stimmt, aber John Woo Macht halt auch nicht immer Immer geile Sachen Von dem war doch auch der Will Smith Film da Den du hier gebracht hast Mit diesem Mit diesem Klon und so Der war jetzt auch nicht so doll Du mal War das nicht eigentlich? Ach, das war eigentlich Ja, ja Racial Profiling Da haben wir's wieder Ja Kannst nochmal die Intro von Isa einspielen John Woo war ja auch ein bisschen früher, oder? Ja Aber John Woo geht, glaube ich, auch noch zwischendurch Der hat irgendeinen Netflix-Film mal neulich gedreht Ah ja? Der ist auf jeden Fall Also John Woo hat auf jeden Fall auch mal da einen Film auf Netflix Irgendwie für Streaming-Dienste gedreht Der war auch nicht so doll Aber das ist so krass Also es gab ja jetzt auch den Anlauf Oder gibt's immer noch Die glorreichen Sieben als Serie zu adaptieren Stimmt Das ist nicht so krass Dass die jetzt mit so alten Klassikern kommen Und die irgendwie als Serie neu machen Ja, mal gucken Aber im Gegensatz zu HBO und Co Finde ich, ist Peacock auch manchmal Ist nicht immer geil Aber also Peacock Qualität schwankt ein bisschen Peacock ist NBC Wollte gerade sagen Das ist das Logo von NBC Hat das mit NBC zu tun? Das ist der Streamer von NBC Ah, okay Ja So HBO hat HBO Max Mhm, okay Und NBC hat Peacock Da bin ich auch gespannt Ja, weil das ist ja auch ein Pfau im Logo Naja, deswegen war das meine Assoziation im Kopf Aber ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist Mhm Wahre Na dann zählen wir Ja Showrunner sind hier Nora und Lillas Sackerman Die haben nicht so viel in ihrer Vita Ich kenne aber Agents of S.H.I.E.L.D., was sie produziert haben Das hier hat gar nichts damit zu tun Das ist echt was anderes Ähm Ja, wie erzähl ich das? Das eigentlich passt so ein bisschen, dass wir es jetzt von den alten Sachen haben Weil das hat hier schon auch ein bisschen so einen Oldschool-Charakter Aufgrund der Aufmachung Weil wir haben hier so eine sehr klassische, episodische Fallstruktur Kennt ihr vielleicht von Akte X Akte X oder eben sämtlichen Serien aus den 80er, 90ern bis in die 2000er Ich meine sowas wie House und so Naja, aber das ist schon so Du hast in jeder Episode halt irgendeinen neuen Fall Und der wird dann abgehandelt in der Episode Und das war's dann Hat natürlich den Vorteil, dass man auch die 17. Episode als erstes gucken kann Und kommt trotzdem rein Und hat nicht irgendeine Aber es gibt nicht irgendeinen Hauptstrang trotzdem Doch, und das war ja aber, beim A-Team war das ja auch so Also, aber die horizontale, wie es da halt genannt wird Die bewegt sich ja in der Regel dann relativ langsam, wenn überhaupt Ja, da kommt dann irgendwann eine Schwester ins Spiel Genau, da kommt eine Schwester ins Spiel, die ist dann über mehrere Folgen da Und vielleicht weißt du nicht, wo die Schwester hergekommen ist Ich habe jetzt gerade absurderweise Bones, die Knochen, die Rinn im Hinterkopf Und da ist ja auch so Irgendwann müsste man schon auch So ein bisschen, ja Ja, weil da entwickelt sich das Verhältnis zwischen den beiden Liebesgeschichte, on, off und so weiter Genau Und klar, hier gibt's natürlich auch den roten Faden Oder eben die horizontale, die im Hintergrund so weiterläuft Aber besonders eben jetzt für eine Serie, die heutzutage kommt Weil eigentlich gibt's fast nur noch Serien, die horizontal erzählt werden Ich finde, es gibt kaum noch so diese klassische episodische Fallstruktur Und das machen die jetzt hier halt Glaubst du, entschuldige, wenn ich da reingrätsche Ich hab halt meinen philosophischen Ist das, weil man natürlich ja mit Cliffhanger mehr arbeiten kann Weil man dann die Leute mehr dazu bringen kann Mehr Episoden hintereinander wegzugucken Das ist doch die Erklärung dafür Ja, also ich hab mal so einen Artikel gelesen Wo versucht wurde, das zu erklären Warum wir davon komplett weggekommen sind Und die haben das so erklärt Dass ja Serien irgendwann die neuen Filme wurden Und jetzt erst recht durch das Streaming Dass die Leute halt viel seltener ins Kino gehen Und viel mehr zu Hause konsumieren Und klar, kriegst du die dann länger an was gefesselt Wenn du das halt immer so aufziehst Dass die am Ende wissen wollen So, ah, fuck, wie geht's weiter Ich muss sofort die nächste Folge gucken Ja, dieses klassische Meme So, ich hab keine Zeit für einen zweieinhalb Stunden Film Aber ich guck sieben Folgen irgendwas Ja, exakt Alright Ja, eben und jetzt hier wieder mal so ein bisschen Oldschool aufgezogen Also, es geht um Charlie Das ist die Figur von Natascha Leon Die ist hier nämlich auch Mitproduzentin Mit Regisseurin sogar Also hat hier auch eine Folge gemacht Und hat das auch mitgeschrieben Und spielt eben die Hauptrolle Charlie Cale Und Charlie Cale hat eine außergewöhnliche Fähigkeit Die kann nämlich sofort erkennen Wenn jemand lügt Also in jedem Gespräch Wenn irgendjemand irgendwas erzählt Das reicht auch, wenn sie das hört Die muss die Person dabei nicht sehen Das kann auf dem Anrufbeantworter sein Ja, und die hört sofort Bullshit Was ist ein Anrufbeantworter? Sie erinnern sich früher Telefon, Telefon Ja, hallo Jetzt haben wir es hier von solchen Oldschool-Szenarien Da kann man auch wissen, was ein Anrufbeantworter ist Und man schade Ich hätte jetzt gefragt Wie äußert sich das bei ihr? Es wäre so schön gewesen Wenn derjenige einfach so eine rote Lampe auf dem Kopf hat So, mep, mep Aber bei einem Anrufbeantworter hat man es nicht Nee Und in der Regel äußert sich das auch so Dass sie sofort so Tourette-mäßig einfach Bullshit sagt Ah, okay Wir erfahren nicht, wie sie es gespiegelt bekommt So in ihrem Gehirn wird keiner Dass es visuell irgendwie dargestellt wird Schade Das wäre lustig, aber Nö, es gibt dann halt manchmal so einen Ranzoom auf sie Wo du halt in ihren Augen siehst Sie hat gerade was gehört, was nicht stimmt Und eben manchmal geht sie diesem Impuls nach Bullshit zu sagen Und manchmal klemmt sie sich das Aber sie hört halt immer, wenn gelogen wird Ich habe dieses Light to Me mit Tim Roth nie gesehen Aber ist das nicht so ein ähnliches Konzept? Das habe ich auch nie gesehen Nee, der ist mehr so Mentalist-mäßig Ja, dachte ich Dass er wirklich eher Wirklich auf wirtschaftlichen Erkenntnissen und Studien So dieses klassische Wenn Leute nach oben links gucken, lügen die eher Ach so, mehr analysiert Genau, wenn du eine Zehnergruppe hast Und denen einen bestimmten Sachverhalt schilderst Dann hast du welche, die knisteln hier an ihrem Pullover Und dann weißt du schon Okay, so wissenschaftlich macht der das eher Okay, also nicht intuitiv Verstehen Ja Nee, und sie hat halt einfach diese Gabe Da wird auch nicht groß drauf eingegangen Wo sie die her hat Oder warum das so ist Das ist einfach der Status Quo Tja, die nehmen wir mit in unseren Waggon Mit der Gabe Ja Naja Jeder, der Talent hat Kannst dir vorstellen, dass sie mit dem Talent Natürlich ganz gerne in Vegas abhängt Oh Ja Stimmt Und in Casinos schon ihren Ruf hat Und natürlich in den meisten auch nicht mehr sein darf Und speziell geht's da jetzt um eins Was geführt wird von einem Herrn, der so ein bisschen gefürchtet ist Der wird gespielt von Ron Perlman Und sein Sohn ist aber gerade dabei Das Management von dem Laden zu übernehmen Das ist Adrian Brody Und der hat Was eine Besetzung Der war Zmarb Das ist hier vom anderen Stern Also du hast in jeder Episode Irgendwelche Gasse saß Und der hat einen Security-Chef Benjamin Brad Den kennt man auch aus sehr vielen Serien Oder dem, der dauert Naja Oder ley Und die sind eben hier Dieses Casino In dem sie zu Beginn noch ist Und auch, meine ich, einen Job hat Weiß ich gar nicht mehr Egal Jedenfalls Die ist eng mit denen verbandelt Und kriegt dann da was mit Was nicht so ganz koscher ist Und deswegen Ist die jetzt ein Problem So Das heißt, die muss eigentlich aus dem Weg geschafft werden Davon kriegt sie Wind Und haut ab Und das ist eigentlich die erste Folge Und danach ist die on Tour Und läuft halt immer wieder weg Vor Benjamin Brad Der sie dann eben sucht Irgendwie quer durch die Staaten Weil die dann halt immer wieder irgendwo Station macht Wo sie sich halbwegs sicher fühlt Und dann da anfängt Irgendeinen Job zu machen Arbeitet dann da Auf irgendeiner Bowling Alley Oder In irgendeinem Vergnügungspark Und macht halt immer so So Dayjobs Arbeitet dann da als Serviererin Oder hilft irgendwelchen Leuten Und kriegt dafür ein bisschen Kohle Und was zu essen Und so Und fährt dann dann mit ihrer Karre Durch die Gegend Und immer wenn sie irgendwie Wenn Benjamin Brad dann wieder An sie rankommt Wechselt sie die Location Und so Hat es die Serie natürlich relativ leicht Immer ein komplett neues Szenario zu erzählen Und dann ist auch wirklich Alle folgenden Episoden Sind ähnlich strukturiert Es gibt Zu Beginn meistens einen Mord Bis dann wird die Geschichte Bis zum gewissen Punkt erzählt Und dann springen die zurück Und wir erfahren Wie Charlie In diese Situation Involviert ist Und in der Regel Ist dann natürlich immer so Dass sie durch ihre Gabe Den wahren Mörder Irgendwie rausfindet So Und da hast du eben Die unterschiedlichsten Szenarien gestrickt Immer gebunden an die Location Wo sie sich ja gerade aufhält Oder arbeitet Und da kommen dann halt In jeder Episode Leute dazu Alter das ist so krass Also einer der vermehrt auftaucht Weil er so einen FBI Agenten spielt Ist Simon Hillberg Kennen wir aus Big Bang Theory und Co Dann haben wir Ich zähle jetzt nur mal die Namen auf Alan Barkin Spielt in einer Episode mit Tim Blake Nielsen Den wir echt immer haben Das ist so krass Joseph Gordon-Lewitt Chloe Sevigny Nick Nolte Judith Light Lil Rel Howery Cherry Jones Tim Meadows Stephanie Hsu Hong Chao Jamila Jamil Also das Lineup hier Ist echt super krass Und das halt über 10 Episoden Also das in jeder Episode Echt irgendeinen Größeren Star Das macht's ganz cool Aber Irgendwie fand ich halt schon Also spätestens nach Episode 3 Ist es halt irgendwie Ist dieser Witz Für mich totgetreten Weißt du Weil Schon rausgelutscht Naja Weil dann hast du halt eben In jeder Episode wieder das Ding Und im Endeffekt geht's nur drum Dass sie dann halt wieder da den Fall löst Und das ist halt auch nicht wirklich Mörder innovativ gemacht oder so Natürlich kommt sie dann auch immer wieder Ein bisschen unter Druck Weil die Leute Die es dann halt wirklich waren Die haben natürlich keinen Bock Dass sie sie verpfeift und so Und die ist da auch nicht Jetzt wahnsinnig vorsichtig zugange Oder so Stolpert sich da halt so ein bisschen durch Ja und das fand ich irgendwie Recht schnell halt witzlos Das kannst du trotzdem gut gucken Aber ich fand's irgendwie nicht geil Es gibt 10 Folgen insgesamt Ja Wie lange sind die Episoden immer Ich glaub so eine Dreiviertelstunde Okay Also auch nicht gerade Oder eine Stunde ran Also ist schon nicht wenig So richtig kurz Ne, ne Naja und das ist halt leider so ein bisschen Ja, weiß nicht Mir fehlt's passende Wort Aber Fand's nicht so wirklich geil Wie heißt denn Diese Sendung In der auch Natascha Leon So täglich grüßt das Murmeltier mäßig Genau, Russian Doll Die ist ja auch so ähnlich aufgebaut Das scheint also Vom Grundkonzept Dass man auch jeden Tag Halt immer wieder was Neues Aber irgendwie auch nicht Vielleicht ist das ihr Ding einfach Dass die da so Bock drauf hat Dieses Case of the Week Ding Ja Aber ist das Könnte das sein Dass dieses Case of the Week Weil es ist ja jetzt wirklich Eine überholte Struktur Normalerweise sind ja die Serien Die sind ja ziemlich Komplex und so weiter Und haben ja so einen roten Faden Die sich so durchzieht Aber sind ja eher altmodische Serien Die so aufbezogen sind Kann das sein Dass das ein bisschen Dass dir das ein bisschen überholt vorkommt Und ein bisschen Ne Also na klar ist es überholt Aber es ist auch gleichzeitig Schon eine krasse Hommage Weil Du siehst auch Die benutzen hier zum Beispiel So alte Schriftarten Die halt voll aus den 70ern Stammen Und deswegen Das ist schon alles Es hat schon Hommage Momente Und da erkenne ich auch Was Rian Johnson davor hatte Es ist zum Beispiel Also auf die 12 Ist halt dieses Ding Dass sie diese Columbo Line Immer sagt Weißt du so Die Leute Erklären irgendwas Sie hat schon längst für sich Bullshit gehört Und dann Bevor die Situation Aber sich auflöst Sagt sie dieses Just one more thing Und das ist halt Columbo Macht sie auch den Finger So wie Columbo Ah okay Und Offensichtlich steht Auf Detektivgeschichten Rian Johnson war doch Knives out War er doch Ja und deswegen Das ist schon ganz nett Aber Irgendwie Fehlt mir da So dass Ich irgendwie dachte Der Kick Ist eine besondere Serie Weil die spielt das Auch drüber Finde ich Das ist nicht wirklich So eine Figur Das denkst du Ja bist emotional Voll bei dir So ist es natürlich Auch nicht aufgezogen Vielleicht schon auch Bedingt durch die Struktur Aber Ja Irgendwie Also die Struktur Ist halt offensichtlich Und dann ist es Irgendwie so ein bisschen Ja man kann sich davon Glaube ich so berieseln lassen Aber Das ist jetzt eben Nichts mehr Großemotional involviert Hast du die hintereinander Weggeguckt Oder immer mal Ne immer mal wieder Und dann hier Also das kann auch nicht sein Dass es dich deshalb Sozusagen so nicht Geflasht hat Weil das hintereinander Wecken Ne ich hab die schon Immer mit einem Größeren Abstand Auch geguckt Also hab hier nichts Gebingt Wo nochmal auf wow Ja Okay Schade Ja bei der war ich mir Nicht sicher Ob ich die angehen soll Oder nicht Die hatte ich noch nicht so Hat es noch nicht Auf meine Watchlist geschafft Aber Klingt auch nicht so Als wenn das müsste Na doch Ich glaube Ich würde es mir schon Angucken Und dann wirklich Vielleicht die ersten Ein zwei Folgen Und dann gucken Ob es mir die Zeit wert ist Sozusagen Das kann man natürlich auch Weil eigentlich So klang die Beschreibung Jetzt gar nicht so uncool Weil Das ist nämlich Vielleicht auch was Was jetzt Also in meinen Alltag Passt es einfach besser rein Unabhängiger sein zu können Und nicht so ein Cliffhanger Zu haben Dass ich denke Noch eine Folge Noch eine Folge Ich finde es gerade Viel praktischer Zu entscheiden Ich gucke nur eine Folge Und dann gucke ich Wirklich nur eine Ja Deswegen ist es für mich Sogar eher attraktiver Und mich Mich selbst so psychologisch Ein bisschen verarschen zu können Ist gar nicht so schlecht Und wenn es dir nicht gefällt Kannst du immer noch Alf gucken Oh man Alf Oh man Alf Ja und ich meine Das kannst du ja dann auch Problemlos ein paar Wochen Liegen lassen Bis du die nächste Episode guckst Willst du sagen Natascha Leon Sieht aus wie Alf Das habe ich Das habe ich überhaupt nicht gesagt Interessante Brücke Doch bei Orange is the New Black Gibt es ab und zu glaube ich Optische Parallelen Also ähnliche Haarfarbe Auf jeden Fall Stimmt Mit der Frisur Von Hint könnte man Das stelle ich jetzt im Raum Wenn man da so eine Sonnenbrille Einfach auf die Haare setzt Ob ihr das jemals Jemand gesagt hat Ist schon ein krasses Seriengesicht Oder jetzt mit Russian Doll Und Orange is the New Black Ich mag die voll Die findet wenig im Film statt Ja vor allem produziert das halt Hier mit Und also alles Die ist schon recht schnell Also ich würde schon sagen Wenn ich bei Netflix Ihr Gesicht sehen würde Mit so Dann vielleicht noch Unten drunter Schrift Noch Ron Perlman Adrian Brody Ich würde es auf die Watchlist tun Klar Also das Liner bis hier Echt krass Aber hast du sie schon mal Als Hauptdruder in einem Film gesehen? Ne aber das ist ja auch Alles jetzt erst durch Orange is the New Black So krass geworden Ja Weil haben wir ja neulich Davon gehabt Dass sie irgendwie bei Blade 3 Da diese blonde Hackerin spielt Blonde Blinde Hackerin spielt Und solche Geschichten Wo sie halt echt Nicht groß in Erscheinung getreten ist Und erst seit Orange is the New Black Ist die ja auch so eben Dass sie Hauptrollen spielt Oder irgendwie mitproduziert Und Ja Aber immer bei Ad Astra und Co Also wo wir sie gesehen haben Das waren meistens Irgendwelche Nebenrollen Eben Im Zentrum Ja Könnte sich jetzt schon ändern War Ad Astra Dieses Brad Pitt Ding Ja Bombenfilm oder Den haben wir hier zusammen Den Trailer haben wir hier zusammen geguckt Oder irgend sowas Aber beim Film warst du nicht dabei? Ne Ach so Und haben wir den Trailer gesehen? Weiß ich nicht mehr Ja das war Das ist schon immer noch Eine der größten Diskrepanzen Die wir so hatten Oder in der Punktevergabe Naja von der Rezension War es auf jeden Fall eine kontroverse Diskrepanzen würde ich jetzt so nicht sagen Aber An der Rezension Die Rezension war etwas Aufgewühlt Ich will mich gerade zurückhalten Richtig gut Rotten Tomatoes von der Kritik 8,5 Publikum 4,1 Sind alle Fan Und auf Letterboxd ist sie nicht Auftauchen Dieser Hund Banausen Alright Ja wenn man sonst nichts hat Worüber man sich aufregen kann Sucht man sich was Ja dann das So möchtest du anfangen Zu raten? Nein Du müsstest aber Ich muss Rein rechnerisch Du musst Ich muss Also wenn Gess sich da Ganz galant Nein Ich mache das Vordringen möchte Okay dann sage ich Ich mache das gerne Ja? Ja Ja Komm ich fange an Okay dann fangst du an Kann sich nach meiner Kann sich nach meiner richten Ich sage es ist eine 6 Hätte ich tatsächlich auch Aus der Pistole geschossen Kannst du auch immer noch Ja Mach ich Ich sage auch eine 6 Okay Seid ihr beide einen halben Punkt Ernehm ich bin bei 6,5 6,5 Mich hätte noch interessiert Wie ist denn der Der zeitliche Vibe Also sind wir in der Jetzt Zeit Oder haben wir geile 70er Jahre Klamotten Und geile 70er Jahre Musik Ne Ist schon im Jetzt Aber sie Schade Aber es ist schon immer Alles in einer recht ländlichen Gegend Wo die dann unterwegs ist Deswegen ist es schon Also da ist die Zeit Schon ein bisschen stehen geblieben Schon ein bisschen howdy Ja Voll Okay Alright Dann machen wir weiter mit dir Okay Also kommt jetzt erst Ja natürlich Jetzt kommt noch nicht der Auftragsfilm Ne ne Das ist das große Finale Alright Das große Finale Das große Finale Guess ich schon wieder Für unsere Roadshow Jausa 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 Joke Good Okay Also ich habe mitgebracht Ich sag jetzt einfach Das ist der längste Krasse Spannungsprobe Ich sag jetzt einfach Das ist der längste Serientitel Den ihr jemals gehört habt Ich weiß nicht ob es stimmt Aber es handelt sich um The woman in the house Across the street From the girl in the window Einer der längsten auf jeden Fall Ja gibt's Safe auch längere Aber Alleine den dann immer Bei IMDb und Letterboxd Und überall einzugeben Weil wenn du nur The woman eingibst Kommt ja erstmal 48 Meinten sie Halt dein Moe So Und Kristen Bell spielt die Hauptrolle Und ich mag das Gesicht von Kristen Bell Alleine schon Die guckt gerade aus Und ich finde die super So Ich hätte Chris ist auch so Falsch eingeschätzt Chris liebt die Aber ich dachte du magst die überhaupt nicht Deswegen war ich gerade verwundert Ich finde die super Echt die findest du super Ja da musst du Musst du unbedingt Dings gucken oder The Good Place Unbedingt The Good Place Ja ey das ist grandios Die größte Beste Rolle Habe ich dir schon mal empfohlen Ja Sensationelle Serie Ich schreibe mir mal hier meine Notiz mit rein Mach mal Vier Staffeln oder wie viele waren Ja ich glaube vier gab's ja Place Wo ist das Da spielt Jamila Jamil Die ich eben aufgezählt habe auch mit Wo ist das Weißt du das aus dem Kopf Netflix Auf jeden Fall bei Amazon Amazon Die war aber eine Zeit lang mal im Stream Und dann war die wiederum Konnte die nur kaufen irgendwie Bei Amazon Also ich bin mir nicht sicher Ob die jetzt mittlerweile in der Flightrad drin ist Oder ob man die bezahlen muss War das im Original nicht auch NBC Glaube ja Ja no Weiß ich nicht mehr Glaube ja Egal aber ja musst du sehen Ist richtig cool Okay Also Kristen Bell spielt die Hauptrolle Und alle anderen kannte ich auch nicht Ehrlich gesagt Jeder möchte mich jetzt hier Vielleicht gerne bei Nausin schimpfen Der vielleicht noch andere DarstellerInnen Aus dieser Sendung kennt Aber Ich konnte Ja Ich konnte Kannte niemand anders Und Es handelt Sich Um Kristen Bell Die eigentlich nur Den ganzen Tag In einem Schlafanzug In einem Sessel Sitz Der an ihr Riesiges Der an ihrem Fenster sitzt In ihrem Steht in ihrem riesigen Haus Und sie guckt einfach nur den ganzen Tag raus Und trinkt Rotwein Aus so großen Gläsern Wo eine gesamte Flasche reinpasst Okay Das ist eigentlich das Hauptding Und Ich muss ganz doll vorsichtig sein beim Spoilern Weil Alleine wenn man den in der Suche eingibt Bei egal IMDB oder sonst irgendwo Und man nur so grob rüber scrollt Über die Bewertungen Und über die Rezensionen Und über Kommentare von Leuten Die das gesehen haben Das Hauptkommentar ist glaube ich WTF Alle sind immer so Was alter Was soll das Wegen der Story Keiner Keiner Kann so richtig Mit dieser Serie was anfangen glaube ich Und genau das ist das Was mir so Spaß gemacht hat Es sind acht Folgen Und In jeder Folge Denkst du so Sag mal hä Du fängst teilweise an Zurück zu skippen Sogar eine Folge zurück Weil du denkst Sag mal Habe ich hier irgendwas verpasst Was ist denn da jetzt Weil die so woanders hinspringen Plötzlich Ja und du denkst Ne das kann nicht sein Das ist nicht echt Warte das bildet die sich jetzt Naja klar die trinkt so viel Alkohol Und deshalb bildet die sich nur ein Dass das und das passiert ist Und die spielen so viel damit Dass es aber manchmal natürlich zu nervig ist Und genauso wie jetzt meine Beschreibung davon Schwer ist Weil ich nicht zu viel spoilern will Ist die gesamte Sendung auch dadurch schwer Weil du nicht weißt Okay soll ich hiervon jetzt irgendwas ernst nehmen Ist das ein Thriller Weil es geht um Mord Es geht um Totschlag Es geht um Auch ihre Tochter ist verstorben Unter Umständen wo immer wieder Was immer wieder seltsam bis gar nicht Bis anders dargestellt wird Und du denkst Was ist jetzt hier die Wahrheit Und was ist hiervon wirklich passiert Was bildet sie sich ein Was kommt vielleicht vom Alkohol Und man ist die ganze Zeit so am Zweifeln Manchmal muss man richtig lachen Und das ist das Was es wie gesagt spannend Und irgendwie cool Und irgendwie lustig macht Was gleichzeitig aber manchmal auch richtig nervt Und du denkst Ey lass mir doch in Ruhe Alter ich guck die Scheiße hier nicht weiter Und das ist so der Haupttenor glaube ich Und leider darf man wirklich nicht viel mehr verraten Weil man muss sich darauf glaube ich einlassen Und es sind auch nur acht Folgen Und auch abgeschlossen Weil mehr gibt es davon nicht Weil die Geschichte ist dann zu Ende Oh okay Und als einziges Das klingt ja nach einem wilden Ritt Voll Aber eigentlich passiert auch nichts Also sie kommt nicht aus dieser Stadt raus Es ist eine ganz Kleinstadt Sie ist in diesem wunderschönen Riesigen behüteten Haus Irgendwie alleine Und sie geht halt ab und zu zu einer Schule Und du fragst dich Hä warum ist sie denn da Wenn ihre Tochter doch aber Gar nicht mehr lebt Hä und Dann irgendwann hast du so einen Skip-Moment Und sie ist halt einfach da hingegangen Um ihre Tochter abzuholen Obwohl die gar nicht mehr lebt Und dann fragt sie sich selbst Sag mal warum bin ich jetzt eigentlich hier Und du guckst es und denkst so Hä Du fragst dich hier Bist du betrunken Den hier oder Ja Sollte man vielleicht auf dem Pegel sein Wie die Hauptdarstellerin Um hier Folgen zu kennen Ist das vielleicht das Konzept Nee Das habe ich natürlich auch überlegt Und probiert Schreit am Baby Nee Quatsch Quatsch Komm hier gieß mal nochmal hin Einer geht noch Nächste Folge Junge Nee und wie gesagt Das Einzige was ich verraten möchte ist Dass es so einen Handyman So einen Hausmeister gibt Der in jeder Folge glaube ich auftritt Und der einfach in jeder Folge Und immer wieder und stundenlang Diesen klassischen amerikanischen Briefkasten Dieses zylinderförmige Mit so vorne der Klappe Und diesem roten Dingsie zu reparieren scheint Der macht das in jeder Folge und immer Also immer wenn der zu sehen ist Immer wenn sie aus dem Haus geht Steht dieser Typ da Und repariert den Briefkasten Und dann denkst du Junge Wie lange brauchst du für den Briefkasten Irgendwann bist du so Hä Bildet die sich doch ein Also tagelang Ja Der ist immer da Okay Irgendwann denkst du Hä Ist der ein Mörder Was macht der Was für ein Zeitraum Erzählt die Serie Das weiß man auch nicht so genau Also man weiß nie Okay jetzt ist der nächste Tag Oder jetzt sind drei Wochen vergangen Zwischendurch Es ist super strange Und jedes Mal fängst du an An dir und deinem Gehirn zu zweifeln Und an deiner Wahrnehmung zu zweifeln Wie gesagt Ich habe teilweise Ganze Folgen zurückgeskippt Und habe gedacht Habe ich was verpasst Alter Wie darf ich mir die Erzählperspektive vorstellen Also ist das so Dass wir die ganze Zeit bei ihr sind Also könnte das eben Vielleicht auch sein Dass es einfach Dass wir das sehen Was sich halt in ihrem Kopf abspielt Genau Das fragt man sich die ganze Zeit Okay Man hört sie auch Telefon Hört und sieht sie auch telefonieren Manchmal weiß man aber nicht mit wem Also manchmal steht da Dass sie ihren Ich will nicht zu viel verraten Ihren Mann anruft Und dann überlegt man aber Okay Ruft sie jetzt vielleicht Doch jemand ganz anders an Der aber anders eingespeichert ist Weil es gibt ja auch Leute Die aus emotionalen Gründen Keine Ahnung Ihren Exfreund als Hausmeister einspeichern Ja klar Um vor anderen Leuten Nicht zuzugeben Dass sie mit ihrem Exfreund Telefonieren oder so Und du fängst Du fängst an So viel zu hinterfragen Und an allem Was du siehst Zu zweifeln Und dann wird teilweise Irgendwas aufgeklärt Von dem du was Komplett anderes Erwartet hattest Und das ist wie gesagt Das was es dann irgendwann So nervig Und fast anstrengend macht Weil du manchmal denkst So oh Junge Übertreib doch halt Weil die Auflösung So absurd ist Ja manchmal ist die krass absurd Und dann gibt es andere Sachen Die aufgelöst werden Die super naheliegend sind Wo du dann aber Wegen der ganzen Verrücktheiten Vorher schon dachtest Nee Das kann ich Machen die nicht Aber da geht es immer Um andere Situationen Genau Weil ihr kompletter Alltag Ist halt eigentlich Nur aus dem Fenster glotzen Und Nachbarn anglotzen Und dann halt noch Mit den zwei, drei Diese typische Wisteria-Lane-artige Wohnsituation Noch zwei, drei andere Frauen und Familien Das ist für alle Draußen die sich fragen Muss man hier helfen Und alle Interaktionen Hinterfragst du irgendwann Und denkst dir nur so Das passiert ja alles gar nicht Oder doch Aber es klingt ja nicht so Ich hab vielleicht sogar schon Ein bisschen zu viel verraten Weil du wirst wirklich Von jeder Folge überrascht Und denkst manchmal Okay ist das eine Parodie Aber jetzt von einem Thriller Oder ist es ein Thriller Oder ist es ein Horrorfilm Also was ist das hier eigentlich Und das kann man ja mögen Aber ich kann auch verstehen Dass man es nicht mag Und ich glaube es ist vielleicht Sogar tagesformabhängig Weil man hat ja manchmal Bock Reingelegt zu werden Aber manchmal denk ich mal so Man verarscht mich doch nicht Junge Was soll die Scheiße So gibt's auch manchmal Aber es klingt ja nicht gerade so Als würde das Befriedigt aufgelöst Das ist eine gute Frage Jetzt ohne zu spoilern Hast du denn nach der Serie Nach der letzten Folge Immer noch das Gefühl gehabt Oder wurde einiges Wieder aufgeblättert Beziehungsweise Befriedigt Würde es eine zweite Staffel geben Würde ich sie gucken Okay Das beantwortet das mal so gar nicht Doch Ich darf ja nicht zu viel verraten Vielleicht heißt das jetzt auch Dass das Mysterium eben noch Gar nicht aufgelöst ist Und du quasi jetzt genötigt wirst Eine zweite Staffel zu gucken Weil du schon so viel Zeit Investiert hast Ah okay Das klingt auf jeden Fall Nach dem Abschluss So bin ich ja auch nicht Ne ich will wirklich Nicht zu viel verraten Man muss da ganz vorsichtig sein Oder ich will da ganz vorsichtig sein Fingerspitzen Ne ja es ging glaube ich Eher um das Gefühl Was bei dir halt am Ende Übrig blieb So war das halbwegs befriedigend Oder also weil Ja doch schon Wenn zu wenig aufgelöst wird Ist es ja für mich zumindest Sehr frustrierend Ja ne doch Es wird genau Auf einem richtigen Level Aufgelöst Finde ich Aber halt auf dem Level Von dieser Sendung Auch Okay Ja weil zum Beispiel Bei mir war es halt Nach einer Staffel Lost Nämlich genau das Da habe ich dann auch gesagt Klar gucke ich das Irgendwann zu Ende Ist immer noch nicht passiert Aber nach der ersten Staffel Habe ich ja gesagt Ich fühle mich verarscht So es wird einfach Es werden mehr Fragen Aufgemacht als gelöst Ne also ja So es war frustrierend für mich Ja wenn man es mit Ne mit Lost kann man es Nicht direkt vergleichen Weil Lost ist wirklich Tatsächlich vielleicht Ein bisschen anspruchsvoller Ja mir ging es halt Eher um diese Balance Von du interessierst dich Für die Fragen Die da aufgemacht werden Und kriegst dir dann eben Doch doch du willst Du willst es schon wissen Du willst es schon wissen So hey sag mal Also wie jetzt am Beispiel Dieses Hausmeisters Das kann doch Wie lange braucht der Für diesen Briefkasten Irgendwas stimmt doch nicht Mit dem Okay Und dann willst du wissen Was ist mit diesem Hausmeister Ist der gut Ist der böse Warum ist der da Ist der überhaupt da Und dann guckst du ja auch Jedes Mal umso genauer hin Und freust dich ja dann fast Diesen blöden Hausmeister zu sehen Weil du denkst Du fängst ja dann an zu gucken Okay warte Vielleicht ist er ein Vampir Hat er einen Schatten Deswegen sage ich ja Je nach Tagesform Hat man damit mal mehr Mal weniger Spaß Ob man da Diese Theorie hast wahrscheinlich Nur du aufgestellten Dein Glas Wein Ob man empfänglicher ist Da halt drüber Nachzudenken oder nicht Also es ist schon Also wie gesagt Es kann Spaß machen Aber es kann auch nerven Es lässt dieses Mir fällt gerade Wie Schuppen vor den Augen Das lässt dieses Hast du einen Schatten Diese Hast du einen Schattenrede Werdet nur komplett In einem anderen Licht Für mich darstellen Stimmt Er bleibe ich gar nicht Derjenige Er fragt einfach nur Ob du ein Vampir bist Ein Blutsauger Stell dir mal vor Derjenige antwortet so Nein Ich habe keinen Schatten Denn ich bin 718 Jahre alt Genau Aber auch kein Spiegelbild Okay Also Bin mir nicht sicher Ob das interessant für mich wäre Oder nicht Also keine Ahnung Ich kann es für mich Auch nicht raushören Aber es ist wahrscheinlich auch eine Wie Pokerface Wo man ein, zwei Folgen Vielleicht mal auschecken sollte Und dann gucken Ob das was für einen ist Und dann sieht man ja Ob man dranbleiben will Oder nicht Oder ob man sich verarscht fühlt Ja aber jetzt mal So dieser Pitch Eine Lady sitzt den ganzen Tag Am offenen Fenster Trinkt Rotwein Und guckt raus Klingt natürlich erstmal Nicht so wahnsinnig aufregend Aber rein theoretisch Könnte man ja Hitchcock Hier Das Fenster zum Hof Auch so beschreiben Ja aber da ist natürlich Das Elementare bei dem Pitch Dass er einen Mord beobachtet Und das fehlt ja hier Also hier ist es ja so Sie guckt sich die Nachbarschaft an Ja aber du weißt ja Das ist ja was Was ich nicht spoilern will Ja natürlich passieren Dinge Du weißt ja nicht Was in ihrer Nachbarschaft passiert Und was sie da alles sieht Vielleicht sieht sie ja sogar einen Mord Aber du weißt ja nicht Ob es wirklich passiert ist oder nicht Und das ist ja das Was es dann auch noch schwieriger macht Weil der Titel The woman in the house Across the street From the girl in the window Ich glaube das ist schon eine Assoziation Die die auslösen wollen Teilweise mit Fenster zum Hof Oha Also das ist glaube ich Tatsächlich gar nicht so fern Und deswegen Fragt man sich schon zwischendurch Soll das eine Parodie sein Soll das nostalgisch Irgendwas auslösen Man grübelt die ganze Zeit Ja Vielleicht ein Spoof Auf den Filmen Weiß man nicht Wenn man das dann aber Die ganze Zeit nicht mitkriegt Dann haben die doch definitiv Irgendwas falsch gemacht Wenn du dich nach Nacktikanone Fragst Ob das ein Spoof war Ja eben Dann ist das Also ich bin so Hallo Hä Seid ihr lustig War das ein Grämisch Irgendwie verstehe ich Diesen Thriller nicht Nee Nee aber die Wie gesagt Also wenn die das wollen Dass man sich dessen Nicht sicher ist Dann kriegen sie es gut hin Ja Ja gut Du sagst ja selbst Dass du verstehen kannst Wenn es da welche gibt Die wahrscheinlich Die Serie deswegen abgestraft haben Und die gesagt haben So was für ein Scheiß Ja Also bei IMDb Gibt es 6,4 Punkte dafür Diesen Metascore Habe ich dazu nicht gefunden Den gab es bei der Serie Einfach irgendwie nicht Der wurde nicht angezeigt Leider Hat die eigentlich Keinen deutschen Titel Also das haben die so übernommen Das weiß ich gar nicht Siehste Warte mal Der ist in Netflix Ich gucke schnell in Netflix Ich glaube tatsächlich Nur den englischen Titel Auch gelesen zu haben Ja Auch auf Netflix So beim Scrollen Mir ist der englische Titel Auch mal über den Weg gelaufen Aber ich habe mich auch nicht Weiter für die Serie interessiert Nee Aber ich glaube Diese Kur gibt es da nicht von Aber wenn du Kristen Bell magst Dann guck das Ja Okay Weil sie ist ja sozusagen Als einzige Hauptdarstellerin Ja sie ist die Hauptdarstellerin LOL Nee das scheint übernommen zu sein Der Name Okay Guck mal da steht das auch so Die Schrift wird halt auch immer kleiner Wie bei so einem Sehtest Beim Optiker Siehst du es Ja Ja cool Also Ja und du musst da gut Und alleine das Bild Siehst du Dieses Glas ist halt voll mit Rotwein Bis oben hin Oberflächenspannung Und sie versucht es so abzuschlürfen Und du fragst dich Ist sie einfach nur die ganze Zeit besoffen Und alles was ich gucke Passiert nur in ihrem Kopf Und das ist der Inhalt der Sendung dann So so Also 6,4 bei IMDb Bei Rotten Tomatoes Haben wir In diesem Tomatometer 54% Ist nicht gut oder Ich weiß es nicht Wieso doll ne Bei der Audience 46% Die waren alle sauer vielleicht Und bei Letterboxd 3,0 Da gibt es 5 maximal Oder Genau 3,5 Ist alles nicht so gut Ist alles nicht so gut Vielleicht sind die alle sauer Wer weiß Gut Sauer bist du nicht Das haben wir rausgehört Du hast Bock auf eine zweite Staffel Ich würde sie mit mir gucken Du würdest sie angucken Gut Und gestern darf anfangen Du gibst ja halbe Punkte War ja so oder Oder Ja ihr gebt halbe Punkte Dann gebe ich auch halbe Punkte Gibst du auch halbe Punkte 7,5 Ich hasse es Wenn andere vor mir raten müssen Und mich das beeinflusst Ihr müsst es eigentlich machen Mit aufschreiben Und Zettel drauflegen Damit man sich nicht beeinflusst Haben wir auch schon überlegt Zögert die Nummer aber noch länger raus Und das dauert sich schon zu lange Wenn der andere dann abgelenkt Irritiert ist Ja Deswegen wechseln wir uns die Abwehr Ja dann ist es wenigstens gerecht verteilt Das ist es in mich immer Und da kommt dann immer auch so ein bisschen Strategie mit ins Spiel Ich ziehe deswegen gleich Ich sage auch 7,5 Okay, 8 Ach fuck, ich habe es tatsächlich Sogar eine 8 Es ist sogar eine 8 Aber da war halt immer noch ein bisschen dieses Licht und Schatten Fuck, ich wollte 8 sagen I haven't so much fun I never had so much fun Anne Ingenie Gut Gut, nächstes Punkt raten Diesmal kann ich mich fein raushalten Das ist meine Rezension Ich habe einen Film mitgebracht Und das ist ein Rewatch von einem Film Den ich vor ziemlich langer Zeit gesehen habe Den habe ich jetzt nochmal gesehen Und der hat Denzel Washington in der Hauptrolle Und das ist ein Drama Und der ist aus dem Jahr 2002 Und heißt John Q Verzweifelte Wut Mit deutschem Untertitel Ganz dramatisch Knapp an Training Day vorbei, Mensch Ja, knapp an Training Day vorbei Es ist ein Film, in dem auch Liam Neeson die Hauptrolle spielen könnte Liam Neeson hat auch schon ein paar Dramen gemacht Also insofern, aber Wäre schon eher Ja doch, könnte auch Könnte auch hier mitspielen Warum nicht Du hast ihn gesehen? Mhm Sieht nicht so begeistert aus Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe Fand den dünn, ey Dabei ist es Nick Cassavetes Der diesen Film inszeniert hat Und das ist immerhin der Regisseur von The Notebook Also dass du ihn deswegen abstrafst Aber das ist nämlich der Witz Das einzige, was ich von John Q Noch in Erinnerung habe Ist seine Fresse Dieses Krankenhausszenario, meine ich Und dass ich das echt kitschig fand Ja, geht in die Richtung Okay, cool Dann weiß ich Dass ich den nicht nochmal sehen will Geht in die Richtung Und John Cassavetes ist ja auch als Schauspieler bekannt Der war ja auch bei Face of Körper des Feindes und so Und in 1000 Filmen hat er auch vor der Kamera gestanden Und er hat auch so ein paar Filme inszeniert Und das ist einer davon Und das Drehbuch stammt von James Kearns Und das ist vielleicht ein kleiner Hint Weil in seiner Vita findet man halt Drehbücher Die er geschrieben hat für Serien wie Ein Engel auf Erden Oder der Denver-Clan Das passt so zusammen Und dann dachte ich so Okay, The Outsiders Er war der Drehbuchauter von The Outsiders Und dann habe ich gesehen Es gab eine Serie 1990 von den Outsiders Die irgendwie im Fernsehen lief Mit, keine Ahnung, wer da mitgespielt hat Als Spin-Off So eine kurzlebige TV-Serie Aufgrund des Films Und die auf dem Film halt passiert hat Der viel früher war Also insofern hat er gar nichts geschrieben Was irgendwie Rang und Namen hat Oder was irgendwie wichtig wäre Und Ja Und den habe ich jetzt nochmal gesehen Diesen Film Kennst du den, Nora? Ich weiß es natürlich nicht Ehrlich gesagt Wahrscheinlich nicht Ich glaube mich zu erinnern Dass ich den damals in einer Sneak-Preview gesehen habe War Classic Dave wahrscheinlich auch dabei Mit dem war ich ja regelmäßig damals auch im Kino Insofern glaube ich Dass das einer von diesen Sneak-Filmen war Und den habe ich jetzt gerewatcht Und ich werde mal die Story zusammenfassen Ja dann Also spätestens nach der Story Wirst du auf jeden Fall wissen Ob du das gesehen hast oder nicht Okay Denke auch Der besagte Titelgebende John Q Heißt John Quincy Mit vollen Namen Und der lebt mit seiner Frau Und ihrem kleinen Sohn Die sind Finanziell schwer am struggeln Er ist so Er arbeitet in so einer Stahlfabrik Das ist eben die Rolle von Dancer Washington Und musste aber mangels Arbeit dort Mit den Stunden runtergehen Insofern Hat er weniger zu tun Und verdient demnach auch weniger Weil wenn du mit den Stunden runtergehst Kriegst du logischerweise die Zeit nicht bezahlt Und denen geht es finanziell nicht so gut Weil wir sehen in der Nacht Dass er irgendwie aufgewacht wird Oder frühmorgens Irgendwie von einem Krach draußen Und dann muss er halt miterleben Wie sein Auto abgeschleppt wird Weil es verpfändet worden ist Von der Bank Und dann diskutiert er mit seiner Frau Am Küchentisch Und dann heißt es Er muss sich halt entscheiden Zwischen Haus und Auto Und die haben gesagt Oh ein Auto kann man vielleicht leben Aber ohne Haus Wir wissen nur nicht Wo wir schlafen sollen Deswegen hat er das Auto verpfändet Und er sagt Ja der dachte Dass die mehr Zeit haben Für die Bank Weil die sind doch nur noch Einen Monatsmieter im Rückstand Und du siehst Okay denen geht es nicht so gut finanziell Und eines Tages Während eines Baseballspiels Bricht der kleine Sohn der beiden Auf dem Feld zusammen Und kommt ins Krankenhaus Und die Diagnose ist Das Herz arbeitet nicht mehr richtig Blut kommt langsam in die Lunge Von dem kleinen Jungen Und die einzige Lösung Ist eine Herztransplantation Weil das Herz nicht mehr richtig funktioniert Herztransplantation Der verschluckt sich da In seinem Getränk Siehst du das sind die Sachen Die er lustig findet Ja You're a creep Get away from me You're a creep Hat einen Grund alter Weil ich habe ja auch schon Den einen oder anderen Arzt gespielt Und Patienten eben auch Und das Wort Transplantation Kommt halt immer vor Und es gibt so viele Schauspieler Weil die auch nur Menschen sind Die über dieses Wort stolpern Weil es ätzend ist Alter Und deswegen Ich hatte Das letzte Mal Dass ich so einen Patienten gespielt habe Da ging es um eine Nierentransplantation Und Kennst du Die Schauspielerin Die hat irgendwie Zehn Anläufe gebraucht Und hat es immer noch nicht hinbekommen Und es war so lustig Alter Deswegen Ja Also Gab eine Geschichte dazu Gut Ist ein schwieriges Wort Es sei dir gegönnt Es sei dir gegönnt Jetzt hör auf Meine Rezension hier runter zu ziehen Weil das ist ein ernstes Thema Ja Ist ja hochdramatisch alles Ist da nichts für Dass du die so lustig gestaltest So Der Krankenhausvorstand Will aber eine Anzahlung sehen Weil Allein schon um den Sohn Auf die Liste zu setzen Der Organempfänger Kostet es von einem Viertel Von den Gesamtkosten der Operation Die Gesamtkosten der Operation Betragen 250.000 Dollar Ey Amerikanisches Gesundheitswesen Das ist so ein Witz Und ihn alleine auf die Liste zu setzen Ist halt ein Viertel davon Was er sofort auf den Tisch packen muss Was die Eltern sofort auf den Tisch packen müssen Um überhaupt auf dieser Liste zu landen Damit dann Herztransplantation Überhaupt damit eine Frage kommt Und Die haben das Geld natürlich nicht rumzulegen Im Gegenteil Die haben gar nichts rumzulegen Haben wir ja Wurde ja schon etabliert Dass der Dass die Familie gut am Hasseln ist Und dass das ganz normale Arbeiter sind Sie arbeitet irgendwie In so einem Diner Als Kennerin Teilzeit Und größtenteils Kümmern die sich halt ums Kind Und das sind die Voraussetzungen Und jetzt sehen wir erstmal Weil die Zeit läuft natürlich ab Und es gibt eine bestimmte Es gibt bestimmte Blutwerte Oder bestimmte Herzratwerte Die nicht unterschritten werden dürfen Weil da wird es kritisch Und in dieser Zeit Müssen die praktisch ein Herz finden Aber das Krankenhaus ist nicht bereit Dieses Kind zu operieren Wenn das Geld nicht da ist Und jetzt sehen wir natürlich Wie sich die Familie Hilfe holt Weil die versuchen erstmal In der Krankenhausberatungsstelle Da irgendwie nachzufragen Die versuchen das bei ihrer Bank Die versuchen das bei ihrer Versicherung Die versuchen das bei ihrem Arbeitgeber Aber die sind alle keine Hilfe Weil die sagen so Du bist jetzt Teilzeit runtergegangen Da werden halt nur Sachen irgendwie Gedeckt Die auf der Arbeit passieren Unfälle, die auf der Arbeit passieren Also alles was deine Familie angeht Und größere Operationen Sind nicht gedeckt Oder nur bis zu 10.000 gedeckt Oder sowas Und so eine Sachen Und deswegen also Die Bank zahlt halt nichts Weil die sowieso schon verschuldet sind Mit anderen rundheran Und die haben halt ein großes Problem Und dann springen halt so Die Kirche springt ein Freunde springen ein Spenden halt alle Geld Die Eltern veräußern alles mögliche Von Möbeln bis TV-Gerät vor der Tür Um irgendwie das Geld zusammenzukriegen Um den Jungen im Krankenhaus überhaupt zu lassen Und dann kommt er halt an Und gibt denen halt irgendwie 4.000 Euro Und sagt so 4.000 Dollar Und sagt so Ja ich hab hier noch 4.000 Dollar Aber ist natürlich weit entfernt Von den 80.000 oder so Was das Krankenhaus haben will Um den Jungen überhaupt da zu behalten Und den auf die Liste zu setzen Und denen reicht das nicht Die wollen den Jungen dann Aus der Klinik entlassen An einem Abend Und sagen dann so Ja das ist Wir haben ihnen gesagt Wie viel das kostet Und so Und wir können ja nicht mehr Ein Zimmer blockieren Und wollen den Jungen dann Aus dem Krankenhaus entlassen Obwohl der halt schwer krank ist Und da platzt unserem Hauptcharakter John Q der Kragen Und er verbarrikadiert sich In der Notaufnahme Und nimmt Alle dortigen Patienten Und Pfleger als Geisel Um seinen Sohn halt Auf die besagte Organliste Zu packen Das ist die Story Hm Mich glaub ich nicht gesehen Hast du nicht gesehen Ja und Das ist natürlich Eine Situation Ausgangssituation Die auch moralisch So ein paar Fragen aufwirft Weil er hadert natürlich Mit eingehenden Patienten Ist da so ein bisschen Moralisch ein Dilemma Weil da Leute eingeliefert Werden da Notaufnahmen Die halt schwer verletzt sind Oder eine Frau Die gerade irgendwie Kurz vor der Entbindung steht Und im ersten Versuch Will er die natürlich abwimmeln Weil er sagt Ja ich muss jetzt hier Mein Ding machen Aber dann tut es ihm Natürlich auch irgendwie leid Weil er sagt ja Die sind in der gleichen Situation Wie ich Und lotst sie dann irgendwie rein Und so eine Sachen Und es wurde auch vorher Zum Beispiel Es gibt vorher eine Szene Wo du siehst Wo er halt Bevor er jetzt letztendlich Diesen Einen der Vorstände Da als Geisel nimmt Und mitnimmt In diese Notaufnahme Gibt es eine Szene Wo dieser Vorstand Mit einem Typen redet Der gerade aus dem OP kommt In einem Rollstuhl Von seiner reichen Frau geschoben wird Und wo es dann heißt Ja in zwei Wochen Werden sie wieder Tennis spielen können Mit dem neuen Herzen Und so Und du siehst halt Das ist ein reicher Schnösel Der hat halt sofort ein Herz bekommen Eine Transplantation Und da ging alles klar Und Insofern Wurft dieser Film Diese Frage zwischen Reich und Arm auf Und diese Schere Und es geht natürlich Ans Gesundheitssystem In den USA Und ist natürlich eine Kritik Von wann? 2002? Der ist von 2002 Insofern ist das natürlich Ein Film Der so ein bisschen In diese Richtung geht Aber Also du hast es schon Richtig eingeleitet Und ich habe ja die Credits Von den Drehbuchautoren genannt Es ist alles ein bisschen Soapy inszeniert Also Die Musik haut richtig Auf die Kacke Und Es ist ein bisschen Schmalzig An manchen Stellen Aber Das große Aber Wenn man Eltern ist Von einem kleinen Jungen Oder von einer kleinen Tochter Dann kann ich mir vorstellen Dass der Film Tatsächlich seine Wirkung hat Weil die Ausgangssituation Wenn man jetzt die Inszenierung Und so mal außen vornimmt Die ist schon recht dramatisch Und traurig Und du kannst dich irgendwie In die Lage versetzen So wie Dancer Washington spielt Und man kann den Man kann irgendwie Die Eltern verstehen Dass die jetzt irgendwie Dass er sich so In die Ecke gedrängt fühlt Und dass er nicht mehr Weiter weiß Und dass das irgendwie So sein Sein Schritt ist Wie das Ganze aufgelöst Und inszeniert ist Und wie es technisch ist Mit der Musik Mit allem drum und dran Das ist natürlich Darüber kann man streiten Aber an sich Spielt er das schon Dass man es nachvollziehen kann Dass es den einen oder anderen Bestimmt bewegen wird Naja dann ist es aber die Entschuldigung Erzähl Das ist ja dann die Frage Wenn es eh schon so ein Emotional hoch Beladenes Thema ist Ob man es dann auch noch Mit so viel Schmalz Präsentieren muss Ja es ist ja nicht Durchgängig Schmalzig Also es wird ja noch Recht dramatisch Weil Es ist nicht nur Schmalzig Es ist auch noch dramatisch Ja Ja weil irgendwann Natürlich die Polizei Dann ins Spiel kommt Und weil die sich dann Vorm Krankenhaus postieren Weil das ist ja dann Eine Geiselnahme Im klassischen Sinne Und dann hast du halt Einen Negotiator Da hast du halt Einen Inspektor Der versucht irgendwie Die Lage zu vermitteln Und dann wird mit ihm Am Telefon geredet Wie halt mit einem Geiselnnehmer Der halt irgendwie Böses im Schilde führt Oder sich in der Bank Einbarrikadiert Das ist ja letztendlich Die gleiche Voraussetzung Aber ihm geht es eigentlich Nur um das Leben Von seinem Sohn Und da sind halt Namhafte Leute dabei Weil dieser Inspektor Der die Ermittlungen leitet Wird gespielt von Robert Duval Und Einer der Pfleger Die zum Beispiel In Notaufnahmen Eingeschlossen werden Ist Kevin Connolly Den kennen wir Aus Entourage Der besagte Einer der Gefängnisleiter Die dann Mit Also mit reingezogen werden Das ist der Typ Der sich unterhält Mit diesem Reichen Ist James Woods Dann haben wir noch Ethan Supply Das ist auch so Weil er spielt So ein Security Guard Das war seine Zeit Wo der wirklich 900 Kilo gewogen hat Oder so Also wirklich Richtig Richtig massiv war Und jetzt sieht der aus Wie so ein MMA Fighter Und wenn du auf seiner Instagram Seite bist Ist das immer Eins der Fotos Aus John Q Die er immer so Vorher nachher postet So weißt du Dieses Foto Wie er hier halt aussieht Wo er halt so Komplett Fett ist Und dann Wie er halt jetzt aussieht Ist schon auch ganz lustig Sean Hattosi Kennen wir aus Dexter Oder Alpha Dog Spielt hier eine Rolle Laura Herring Spielt mit Aus Modern Drive Die Dunkelhaarige Und beide schon verstorben Vor kurzem Relativ jung Anne Hash Spielt die Krankenhausleiterin Die ist tot Und Ray Liotta Der spielt halt so ein bisschen So ein Star General Der so zugezogen wird Also der noch so Über der Polizei steht Zeigt halt seine Orden Und kommt mit so einer Uniform Und so Und ist so ein bisschen Der leitet halt das Swart Team Und so mit anderem dran Ist halt so ein Typ So ja die Polizei Kann mir nichts Und so Ich bin hier der Großheld Und lässt sich auch Erstmal vom Publikum Bejubeln und so Die da vom Krankenhaus sitzen Und so Also auch wieder eine geile Rolle Von ihm Klassiker Und ja schon geil besetzt Also mit Ray Liotta Und Robert Duvall Dancer Washington Sind natürlich gute Leute Bei Dein Zonierung Kann man ein bisschen bemängeln Also der ist nicht Der ist nicht perfekt Aber der hat schon Der hat schon irgendwo Herz Also ich konnte mir den gut angucken Ja du mochtest ja auch The Notebook Was ich The Notebook mochte Ist schon Ist schon Untertrieben Mhm Aber was ich jetzt Vorhin nicht so richtig Verstanden hab Wie hieß der John Q Genau Was passiert hier Das war ein schlechter Witz Nein aber die Tatsache Dass du glaubst Dass Eltern hier Empathisch sein könnten Macht den Film für dich besser Naja man kann besser Mit dem Film mitfühlen Ja aber was Das bist du ja nicht Ne Deswegen Aber ich bin empathisch Mhm Und als empathische Person Kann ich mir vorstellen Dass wenn man Den Teil hab ich verstanden gestern Aber Deswegen hab ich ja meine Frage So formuliert Und Dieser Umstand Dass du glaubst Dass andere Leute hier Irgendwie anknüpfen können Wenn sie ein Kind haben Und dass Weil er das so spielt Dass du glaubst Dass man hier empathisch sein kann Dieser Umstand Macht für dich den Film besser Ja Klar Warum ist das klar Naja weil du als Ätna Teil Natürlich Weil ich mich in die Lage versetze Und als Ätna Teil Du dann mehr mitfühlst Ja aber zum einen Hast du keine Kinder Zumindest keine von denen ich weiß Und zum anderen Du durchlebst das ja Du schaust das ja Und das ist jetzt nicht so Dass du dir denkst Ach Mensch Mein Bruder Der hat ein paar Kinder Der findet das bestimmt geil Weil ich find's eigentlich Nicht so geil Aber irgendwie macht's das besser Weil ich glaube Dass jemand der ein Kind hat Kann das nachempfinden Nee anders Das geht ja auch darum Dass du Leute kennst Die Kinder haben Und du versetzt dich ja Ein bisschen in deren Lage Aus deren Perspektive Wenn wir den Film sehen Und ich bin ja in der Perspektive Und deswegen ist der Film Ein bisschen besser dadurch Ja Abgefahren Okay Klar Mhm Weißt du was Also ich Ja ich glaube Ich weiß was du meinst Ja das ist glaube ich Wie so Keine Ahnung Wenn jemand gerne Marzipan mag Dann sagst du Guck mal hier Da ist Marzipan drauf Ich glaube Leute Die Marzipan mögen Würden diesen Kuchen gerne essen So Ja aber dadurch schmeckt doch Der Marzipankuchen für mich Wenn ich Marzipan scheiße finde Nicht gut Nee Aber ich kann dann sagen Ich glaube das ist ein guter Kuchen Weil für Leute Die Marzipan mögen Ist schön Marzipan drauf Der sieht gut aus Und wenn man Marzipan mag Mag man diesen Kuchen auch Das ist einfach Das war seine Beschreibung Aber du hast doch Aber es geht ja drum Wie viel Spaß er im Film hat Und er hat doch nicht mehr Spaß An Marzipan Weil andere Leute das gut finden Nee aber er kann ja trotzdem sagen Das ist ein guter Kuchen Weil Marzipan drauf Du kennst Leute mit Kindern Und wenn du diesen Film dann siehst Dann ignorierst du halt Diese technischen Aspekte Die dich bei anderen Filmen stören würden Wenn das jetzt ein Film wäre Keine Ahnung Mit einer schmalzigen Love Story Oder so hin und her Dann ist das was anderes Aber da es hier um das Leben Von einem kleinen Kind geht Und da scheißt du eben So ein bisschen auf die Inszenierung Dass die so ein paar Schwächen hat Dass die Musik halt zu sehr auftritt Und so weiter Das kannst du halt in diesem Fall ignorieren Also es ist eine Waage Es ist trotzdem für mich Kein runder, perfekter, guter Film Aber mit Abstrichen Kann man sich schon ein bisschen In die Lage versetzen Und dann fühlt man so ein bisschen Mit in dem Film Und dann scheißt man auch So ein bisschen auf die schmalzige Inszenierung Das meinte ich Okay Und ich hab halt Neffen Und hab halt Leute in meinem Umkreis Die halt Mütter und Väter sind Okay Aber das heißt Der hat dich auch irgendwo emotional Bekommen Zum Teil, ja klar Mich definitiv Und als Empfehlung Wenn man jetzt auch noch Direktvater ist Oder Mutter von einem Kind Dann wahrscheinlich noch mehr Also insofern ist das jetzt Nur eine Frage vom Level Was du jetzt gerade hier analysierst Ja ich versuche ja Für mich rauszufinden Wie viel Spaß du mit dem Film hattest Ja ja also ich hätte wahrscheinlich Wahrscheinlich würde ich noch mehr mitfühlen Wenn ich selber noch Vater oder Mutter wäre Aber ich kann mir vorstellen Dann hast du ja bei denen richtig gut funktioniert Also noch mehr funktioniert Sagen wir mal so Wenn man das dann überhaupt will Wenn man das will Ganz oft ist man ja dann so Oh Gott Ne kann ich nicht Will ich nicht Kann ich nicht Will ich nicht Mach ich nicht Das ist schon Also letztendlich Unterm Strich ist es krass Weil Also klar hast du dann immer So ein Newsflash Dazwischen so irgendwelche Talkshows Mit Larry King und Co Weißt du die dann Irgendwas zum Gesundheitssystem sagen Oder Jay Leno und so Also Dadurch kriegt er natürlich So ein bisschen so eine Sozialkritische Ja so ein bisschen Sozialkritische So ein bisschen Ich will nicht sagen Realistische Note Aber dadurch Hast du natürlich so ein bisschen So ein Naja so ein Ich will jetzt nicht sagen So ein News Newsfeel Aber Klar ist es natürlich ein Thema Was es tatsächlich gibt da draußen Aber ist das Dir zu aufdringlich gewesen Vielleicht dann in dem Moment Dass du denkst So ja Ich hab's doch verstanden Ihr wollt das Gesundheitssystem An Bemängeln Anprangern Es gibt ja Es gibt Filme die das definitiv Subtil anszenieren Ja Das ist schon hier sehr Soapy Wie ich schon meinte Aber Okay Man muss ja nicht Zwangsläufig daran stören Okay Paul Johansson spielt übrigens noch mit Der spielt einen Reporter Den kennen One Tree Hill Fans Und das für mich Paul Johansson Paul Johansson Das ist so ein Wenn es einen gibt Der zum Beispiel Den älteren Superman spielen sollte Dann ist er für mich Der einzige Typ Den man in der Besetzung Reinpacken sollte Oder der Vater von Superman Also das ist einfach Er ist einfach Clark Kent Und erwachsen Ja den hab ich auch außerhalb von Von Ron Tree Hill Hab ich den selten gesehen Um mal bei Mädchenserien zu bleiben Den hab ich hier vergessen in der Besetzung Ja und der Film war recht erfolgreich An den Kinokassen Hat ein Budget von 36 Millionen gehabt Und hat über 102 Millionen eingespielt Also Ja das war schon Denzels Prime Das war seine Prime Ja hat schon eine Menge Eine Menge funktioniert Was er damals rausgebracht hat Direkt nach dem Oscar Für Training Day Ja Klar Ende 90 Anfang 2000 Hat er schon guten Run gehabt Ja und Der hat ja immer wieder So wie hier Auch immer wieder Von seinen Actionrollen Diesen Ausflug Ins Dramatische gebracht Und hat dann mal gezeigt Dass er als Schauspieler Dass er halt auch einiges kann Und das hat schon eine Wucht Das kann man sich auch tatsächlich Bildlich vorstellen Wie der da rumschreit In der Notaufnahme Und gleichzeitig aber Ja Dieses gebrochene Und traurig weinende Beim Rumschreien Also was Das kann ich mir wirklich vorstellen Was dem Film natürlich nicht hilft Die Fallhöhe ist nicht so hoch Weil So wie er etabliert wird In den ersten 10 Minuten Weißt du schon Der Typ ist Eine gute Seele Mhm Also er hat kein Der hat kein schlechtes Kein schlechtes Gen Irgendwie in seinem ganzen Körper Und dadurch weißt du Okay der wird nicht Ans Äußerste gehen Wenn da Geiseln drin sind Der wird die nicht alle abschießen So weißt du Um das Leben von seinem Sohn zu retten Dazu ist er moralisch Einfach zu Zu einwandfrei eingeführt worden ist Weißt du so wie er ist Und wie er zu seinen Freunden ist Und er wird ja etabliert Und deswegen Ist das von der Empathie Natürlich auch nicht so krass Dass du jetzt Komplett um ihn bangst Dass der jetzt ausrastet Oder dass der jetzt Irgendwie gewaltvoll wird Und das Hilft dem Film natürlich nicht Dass du das mitbekommst Dass das eine gute Seele ist Und dass der einfach nur In der Ecke gedrängt wurde Das heißt du bist Mit dem Ende unzufrieden Naja das Ende ist schon Sehr Hollywood Aber was heißt unzufrieden Also das ist ja jetzt Auch nicht die Sorte Film Wo du jederzeit Damit rechnen musst Dass hier sämtliche Hauptfiguren Am Ende über einen Haufen Geschossen werden Aber es wäre natürlich interessant Wenn du so einen Aber wenn du so einen Labilen Charakter hast Der in dieser Situation wäre Wäre das grundsätzlich Ja Vom Setting wäre das für mich Mehr Spannung Als jetzt wo du weißt Der Typ ist eigentlich gut Da wird niemand erschießen Also das checkt man natürlich Relativ schnell Deswegen finde ich ja Doc Day Afternoon so geil Ja Weil bei ihm wird nur Angeteast Dass er einen moralischen Kompass hat Und dann ist er auch In einer sehr vergleichbaren Situation Al Pacino in dem Fall Und dann merkst du aber erst Dass er ein gutes Herz hat Das stimmt Und deswegen Aber allein die Ausgangssituation Ist ja gleich die Filme Eben Aber allein die Ausgangssituation Das sind ja Kriminelle Du hast ja hier Ein Familienvater Ja aber umso geiler ist das Finde ich Aber ja Gut ist für mich auch Ein bomben Film John Q war es nicht Aber klang so Als hättest du hier Deinen Spaß gehabt Ja der geht auf jeden Fall Der geht klar Aber wie gesagt Ist nicht der perfekte Film Ich sehe hier auch Die Mancos Die ich schon genannt habe Aber wenn man sich So ein bisschen In den Fallen lässt Und ein bisschen In die Lage versetzt Von dem Familienvater Kann man den machen Ich erstelle wieder Die Soundtrack Frage Gibt es einen Ein expliziten Song Der dir einfällt Ist es Whitney Houston One Moment in Time Kitschig Oder Auf welchem Level Bewegen wir uns hier Von der Kitschiness Auf welchem Level Gute Frage Danke Naja finde ich schon Weil es würde mich Jetzt mal interessieren Wie er das einschubt Weil bei mir war wirklich so Maximum Kitsch In Erinnerung Nee Maximum ist es nicht Aber in den Notebook halt auch Und das feiert er ja Also Fällt dir ein Track ein? Ist ja keine Liebesgeschichte Insofern ist das Nee schwer zu sagen Schwer zu sagen wirklich Ich wüsste nicht Welchen Was ich da als Vergleich Ranziehen soll Okay Also es gibt Schwülzigeres Definitiv Als John Q Ja Geht knapp zwei Stunden Bis aus dem Jahr 2002 Und ich würde mal Zu den Punkten überleiten Wenn ihr keine Fragen mehr habt Nee Habt ihr Fragen? Nope No Eher der hier I know this will be A disappointment To all of you Also Punkte What's happening here exactly? Is this sexting? Sexting, genau Also Punkte IMDB 7,1 Für John Q Metascore 30 Also die Kritiker Sind nicht amused Rotten Tomatoes Ebenfalls Kritiker 4,5 Grad Mal von 10 Das sind 25% Also jeder vierte Empfiehlt diesen Film 3,9 Wiederum vom Publikum Von 5 Und Letterboxd 3,3 Von 5 Hm Jetzt ihr Ich bin Muss ich anfangen jetzt? Ich muss anfangen Und ich bin so hart am schwanken Zwischen Sechseinhalb Und sieben Ich sag sechseinhalb Ich setz tiefer An Ich bin bei 5 Oha Ne, eine 7 ist noch geworden Fuck Dafür hast du aber ordentlich Vom Leder gezogen Ja, aber guck mal Ich meinte ja Sechseinhalb bis sieben Ja, stimmt Du hast dieses Punkteeinschätzungsding Bei ihm schon öfter gemacht Ja, ja, logisch Das ist natürlich Müsst du in die Routine Okay, also 2 Aber du Ja, das war schon Naja, aber wenn ich Guck mal, wenn ich zu dir sage So, ja Also für mich hat der Einigermaßen funktioniert Und wenn du da noch Elternteil bist Dann kann ich mich in die Lage versetzen Dass man hier richtig mitfühlt Das kann doch keine 5 sein Aber ja, aber es muss ja Nicht positiv sein Deswegen war ich da auch so Aber das war doch Die ganze Zeit meine Frage Ob sich das Positiv auswirkt Das ist für mich Eine Wahl gewesen Also eine 7 ist für mich So auf jeden Fall Ein guter Film Wenn ich in Elternteil gewesen wäre Wäre ich wahrscheinlich Noch emotionaler drin gewesen Aber so Ich sehe natürlich Die Mankos des Films Weißt du, so technisch gesehen Und kitsch gesehen Aber Runterm Strich kann man Den schon gucken Okay Naja Oh geil Ja ey, es hat dir gegönnt Dass du den cool fandest Ja, das ist jetzt schon wieder Zu viel verlangt Dass ich den cool fand Naja, 7 Punkte klingt schon noch 7? Ja Ich finde, 7 Punkte ist ein guter Film In meinem Universum Ist 7 Punkte ein guter Film Bei mir sind 7 Punkte halt manchmal so Ist ein sehenswerter Film Kann man machen Aber auch so Ist ein guter Film Die 7 Punkte Range Ist halt teilweise Auch ein bisschen umfangreich Je nach Tagesform Also schlechte 7 Punkte Das sind Ja Für 6,5 hat es nicht gereicht Es gibt eine gute Laufung Du sagst Wenn man schwankt Zwischen 6,5 und 7 Und man hat halt so eine Ja, man schwankt Zwischen 7 und 7,5 Ist es halt schon ein Unterschied Na gut Kommen wir zu was anderem Nämlich Achso Ja klar Weißt schon Flavor in der Ehr und so Ja Flavor in your ear Der wird lange dauern Bei manchen Leuten Bei Leuten, die von Hip-Hop Keine Ahnung haben Wird es nie passieren Ne, die wissen nicht Was das ist Aber wir sprechen jetzt über Bad Boys Ja Aus dem Jahr 1983 What you gonna do Ja, das willst du jetzt Noch zum x-ten Mal sagen Nicht den mit Martin Lawrence Und Will Smith Zum x-ten Mal Ja, das hast du also Jetzt in der Vorbereitung Wirklich ein paar Mal erwähnt Ja, was ist das denn Wenn uns die Leute Jetzt zum ersten Mal hier einschalten Die haben das nicht gehört In der Vorbereitung Dann bring ihn nochmal, bitte Bad Boys, Bad Boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Ich freute aber Guck mal, wie die Augen glitzern Guck mal, wie alle mitsingen Alle mitsingen I lost a lot of brain cells Listening to that conversation Das ist eine conversation Wolltig Ja, du Ich bin der Einzige, der hier ein Lied Träller hat immer vor dem Mikrofon Ja, nie singt jemand mit Komisch Doch, Dave singt immer mit Wenn er das Sollen wir mehr Leute einladen Die gerne mitsingen Ich bin eher dafür Dass Nora dieses Pionierslied nochmal wiederholt Ne, das war ein Volkspolizistlied Nora Ein Volkspolizistlied Unsere Hörer aus dem Ostteil der Republik Würden sich sehr freuen Wenn du dieses Lied singst Was ich nur die gehört habe Ne, die haben das wahrscheinlich auch nie gehört Weil die alle jünger sind als ich Meinst du? Mhm Weil ich bin auch ganz knapp an der Grenze Ich bin ja 1990 eingeschult Warst du bei den Pionieren damals? Gab es die noch? So ganz knapp nicht mehr Deswegen Ganz knapp nicht mehr Das Lied kenne ich auch nur einfach so Ich habe es nicht mehr in der Schule singen müssen Ich glaube im Kindergarten war es letzte Gruppe Hast du auch nie die Hand geschüttelt damals irgendwann? Ne, ich glaube da war der schon in Chile Da war der schon in Chile Aber jetzt muss ich trotzdem mal fragen Warum hat denn die Volkspolizei ein Lied? Na weil man doch im Osten Den Kindern schon beigebracht hat Dass das gute Menschen sind Und dass man auf die hören muss immer Und immer artig Und das ist dein Freund und Helfer in dem Sinne Ach, das war ein Lied über die Volkspolizei Nicht von der Volkspolizei Was die gesungen haben Kinderlieder haben Es ist ein Kinderlied Das klingt auch von der Tonalität Wirklich wie Sandmann Das ist die gleiche Stimme gewesen Gefühlt Und der Inhalt ist halt wirklich Der Volkspolizist Der ist gut mit uns Der bringt mich nach Hause Es ist nicht mehr weit So, das ist Dein Freund und Helfer Genau Geil Richtiger Auge Richtige Abgelenkt jetzt Ja Von einem Lied zum anderen Ja, jetzt müssen wir eigentlich konsequenterweise Über Sam ein Sachse sprechen Tun wir nicht Oh, da habe ich nur die Plakate gesehen Ja, aber da geht es ja auch drum Dass er bei der Volkspolizei anfängt In Dresden, ne? Ja Tyron Ricketts Nee Nee Spielt der nicht da mit? Der spielt mit und hat es produziert Und mitcreated Aber Er ist nicht der Sachse Aber er spielt mit zumindest Ja, das meinte ich Er ist ein Kast Und der saß hier an dem Tisch Mit Lee und mir Und hat gepokert mit uns An diesem Tisch? An diesem Tisch, wo wir gerade dran sitzen Na, eigentlich benutze ich Ne Untersetzer, junge Na, sage mal Rassismus Nein Nein, nein, sowas nicht gemeint Der Tisch ist wertvoll Wollte ich damit sagen Achso Himmels Willen Jetzt unterstelle mir ja mal nichts Na ja, wir sind hier so Ich bin hier so Bildjournalismus So, Hauptsache Quote Ja, aber wirklich Wenn ich ja so auf Bildjournalismus stehe Oder was Hauptsache Quote Summer Nee, Gess ist doch der Bildjournalist Das meine ich ja Naja Ich nehme jede Aussage Und mache das so reißerisch Wie möglich Gestalte ich das Na, ich wollte gerade sagen Drehst sie um Und machst ein Clickbait draus So sieht es aus Dresden Da sind wir schon wieder Schau, Alter Da sind wir schon wieder Joke Good Das war mal bei dir jetzt Ja, Mann Dünn Okay, so Jetzt sind wir bei Bad Boys Klein und gefährlich Wie er heißt Mitunter T0 Aus dem Jahr 1983 Und Jetzt erst mal raten Jetzt erst mal raten Das wird lustig Achso, jetzt Oh, das ist wirklich komisch Ja, deswegen Also Bevor hier Bevor hier irgendwas geht So Ich Notiere gleich mal Wer möchte loslegen Also bei den regulären Folgen Bist du ja vorne Insofern Sollte ich mal anfangen Kannst du anfangen Ja, ach Gott Ich finde halt Nora Wird eine echte Herausforderung Faktor X, ja Okay Ich sag Nora ist bei Sieben Und Guess Ich sag Guess Ist bei Achtenhalb So Jetzt Guess Ich sag Du bist bei Na Du hast Aufgeschrieben Ja Okay Dann muss ich es Nicht aufschreiben Du bist bei Na Achtli Ich weiß ja bei Nora Dass sie nicht so Ein großer Fan Von den 80s ist Und dass sie die 80er eigentlich Nicht so gerne mag Darf ich meinen Tipp noch revidieren So gut kenne ich sie Insofern glaube ich Ne Ich wollte eigentlich Mal einen Tipp Was ich bei dir Getippt habe Gerade Revidieren Aber Kann ich jetzt Nicht mehr Zug ist Abgefahren Ja Wie du magst Also Ne Alles gut Ich sag Ne 6 Bei dir Oha Jetzt du Jetzt Nora Okay Ich sag Bei Guess Auch ne 8 Und bei Lee sag ich Auch Null Wissend Einfach 7 Das wird spannend Mhm Dann lösen wir Nachher auf Mhm Jetzt reden wir erstmal Über den Film Können wir vielleicht Mal raushören Wie wir den fanden Ja Da bin ich sehr gespannt Das war für euch beide Ne Erstsichtung Richtig Ja Okay Du bist der Einzige Der eine Kante von uns Drei Korrekt Regisseur Rick Rosenthal Der Regisseur von Halloween 2 Drehbuch von Richard Die Lello Der hat nicht so viel gemacht Aber die Story von Colors Passt Ist passenderweise von ihm Wo ja auch wieder Sean Penn Vor der Kamera stand Und auch wieder Das war auch Robert Duval Stimmt Robert Duval auch wieder Witzig Den hatten wir auch heute Und Dennis Hopper hat den gemacht Den hatten wir hier auch schon Das ein oder andere Mal Richtig Ja Aber das war hier sein Debüt Ja Und Sean Penn spielt hier die Operale Das ist Mick O'Brien Und ich finde schon auch wichtig zu erwähnen Wer hier Musik gemacht hat Aber hallo Das ist von Bill Conti Ja Kennt man natürlich von Rocky Ja Und auch der D.O.P. ist jemand namhaftes Bruce Surtis Den will ich hier auch erwähnen Das war der Kameramann bei Dirty Harry Und Beverly Hills Corp Und so ein paar Große Filme der damaligen Zeit Und der hat hier die Kamera gemacht Bei dem Filmchen Und auf jeden Fall haben wir noch ein paar Gesichter Die man kennen könnte Nebenrollen Ja und auch für viele Das Debüt gewesen Ja Also gerade so Alan Rugg Und Clancy Brown Über den habe ich mich so gefreut Ich liebe den so sehr Ja Du hast den auch bei Dexter gesehen In der New Blood Staffel Der ist immer gut Ja den kennt man halt Als erwachsenen Typen echt gut Aber also so jung Ja gut war sein Debüt Ich hatte sofort Ich hatte sofort Diese Biff-Vibes Von Zurück in die Zukunft Stimmt Und Ali Shidi Aus Breakfast Club Auch ihr Debüt Was gewesen Als Freunde von Champagne Ja und dann haben wir noch Esa Morales Den kenne ich natürlich Als Bruder von Richie Valance In La Bamba Wird er für mich wahrscheinlich Immer bleiben Aber der ist ja immer noch aktiv Bei Ozark und so Ist er auch immer noch vor der Kamera Bei NYPD Blue Hat er glaube ich auch Eine durchgehende Rolle Und der ist jetzt Für mich ist der auch richtig Der ist nur La Bamba Oder Polizist Polizist ist er halt echt oft Oder Drogendealer Der ist ja oft mal Drogendealer Ja Der ist jetzt in den beiden neuen Impossible-Teilen Ist er mit bei Ach das am Start Ist auch ein kerniger Typ Ist gut gealtert Sieht gut aus Ja Wollen wir Story machen Warte ich will noch kurz erwähnen Warte Sieht einfach Der Junge Sean Penn einfach aus Wie Timothy Chalamet Haut mich Wenn man ihn anders ausspricht Aber Schuh Geh beiseite Junge Wie schön sieht der aus Mit der Frisur Hä Ja also die Stimmt Vor allem im späteren Verlauf So mit dieser Föhnfrisur Hat er schon ein bisschen Chalamet-Weiß Entschuldigung Finde ich schon auch Ja klar Also auch die Körperhaltung Der Habitus Ja So dieses bisschen schlachsige Aber trotzdem Drahtig-Muskulös Also er hat mir wirklich Wie spricht man ihn aus bitte Experte sag es Timothy Chalamet Na dann war es gar nicht so falsch So sieht er Der hat mir voll die Vibes gegeben Das ist schon eine Ecke muskulöser Finde ich Als Chalamet Ja aber nur ein bisschen Aber er passt so ein bisschen Das Gesicht Passt dann so ein bisschen Das Muster der Der Frauenhelden Weil der ist ja kurz danach Hat er ständig irgendwelche Dates gehabt Mit irgendwelchen Filmstars Von damals War er ja nicht auch mit Madonna Verheiratet Ja mit Madonna War er auch Zusammen Und Sarah Jessica Parker Glaube ich auch Weiß ich nicht Wirklich Ich weiß es nicht Der hat in den 80ern 90ern War der wirklich gut unterwegs War so ein bisschen An der Roland Beat hier Schlampe Aber sag mal Haben wir Randy Santoni erwähnt Ne Okay Den würde ich nämlich auch gerne Wer ist das Welcher Der hier den Wie heißt die Figur Ramon Herrera spielt Den finde ich nämlich auch erwähnenswert Den fand ich echt gut Ach der Der Gefängnisangestellte Ja Nicht der Chef Von Gefängnisangestellten Ach so okay Okay Ne der sagt mir nichts Na weil du von Dirty Harry und sowas erwähnt hast Da war der auch dabei Da war er am Start Bei Cobra auch Ja Das ist eine Weile Ja Okay Wer will die Story machen Ich fang mal Ihr habt den zuerst Also jetzt zum ersten Mal gesehen Ich glaube das ist spannender Wenn ihr das macht Gut okay Ich probiere mal Also wir sind in Chicago In den 80er Jahren Mick O'Brien Gespielt von Sean Penn Ist halt ein ziemlicher Fuck up Der ist 16 Jahre alt Kann man an der Stelle erwähnen Und Der schlägt Irgendwelchen Autos Die an Apple stehen Kurz mal in die Scheibe ein Klaut die Handtasche Die Auto auf dem Beifahrersitz liegt Schlägt dann Leute nieder Um die Brieftaschen zu klauen Aber das reicht ihm aber nicht Der will halt Ein größeres Ding starten Und dann plant er Mit seinem besten Freund Gespielt von Alan Rugg Ein Überfall Mit Schienmasken Mit Androm und Ran Bewaffnet Und das geht schief Weil Sein Kumpel wird erschossen Und Mick flüchtet dann im Auto Und überfährt auf der Flucht Den achtjährigen Bruder Des ebenfalls kriminellen Paco Der wiederum auch Auf seine Schule geht Kann man an der Stelle erwähnen Naja und der war ja auch In Das Ding involviert Was die hier starten wollten Richtig Die wollten ja Ihm und seiner Truppe Einen Koffer voller Drogen abnehmen Ja Da wollte ich jetzt nicht zu sehr Ins Detail gehen Aber auf jeden Fall Ja klar Der war auch involviert In diesen In diesen Coup Ja und dann kommt Mick Mick dann in den Jugendknast Und hier wandelt sich Das Ganze dann zum Quasi Gefängnisfilm Aber halt mit Jugendlichen Delikventen Weil die nämlich Nicht alt genug sind Um in den richtigen Knast zu kommen Delikventen? Guck mal Was denn jetzt? What a funny word I'm glad I got the chance To use it Sehr schön Tres Delinquentes Tres Delinquentes Step into the madness Natürlich Und dann geht es halt um Respekt Und um Rangkämpfe Und ums Überleben Und besagte Schauspieler Die wir schon genannt haben Also unter anderem Clancy Brown Ist halt derjenige Mit einem anderen Kollegen von ihm Die halt So ein bisschen Das Sagen im Knast haben Und das Wandelt sich eventuell Was ich finde Ein bisschen zu schnell Aber gut Hier sind wir schon wieder Detailliert Was würdet ihr jetzt Bei Hanno noch hinzufügen Oder würdet ihr noch Irgendwie sagen Würdet ihr jetzt noch weitergehen Das ist jetzt natürlich Nur das Grundgerüst Der Story Ja gut Also dass Paco Im weiteren Verlauf Dann nochmal eine Rolle spielt Das kann man Das verregt glaube ich Nicht zu viel Ne ich glaube Man liest es sogar In dieser IMDB Einsatzzusammenfassung Dass die sich später nochmal begegnen Das ist vielleicht Dann nicht zu viel Gespoilert Weil es ist schon erwähnenswert Glaube ich Okay Ja die verrät ja manchmal Auch ein bisschen zu viel Diese Inhaltsangaben Wie du Ja aber Wenn du bei Wikipedia Die Inhaltsangaben liest Da siehst du ja den ganzen Film Ne die darfst du nicht Ja aber Aber gerade am Anfang Kriegen Paco und Mick halt fast ähnlich viel Screentime Deswegen ist schon klar Dass der nicht Einfach verschwinden wird Und nie wieder ein Thema ist Ja ja Er macht ja auch Also während Mick Inhaftiert ist Macht er auch so Bestimmte Dinge Die darauf hinweisen könnten Dass die Story Noch nicht auserzählt ist Aber das will ich Ja natürlich nicht erwähnen Ja Und Wie fandet ihr es Ich mag den immer noch sehr Du magst den immer noch sehr Ich finde Also Der geht knapp über zwei Stunden Und ich finde es aber Immer noch so geil Was der für ein Pacing hat Ich finde der Float so geil dadurch Weil er diese Akte Irgendwie geht das Alles so herrlich Fließend ineinander über Und ich finde Der hat echt keine Längen Ich finde es bei dem Film Echt krass Weil oftmals Jetzt so Filme aus den 80ern Ich erinnere mich jetzt auch An Scarface Der ist ja auch von 83 Und den habe ich natürlich Deutlich öfter gesehen Seitdem Und da merke ich schon Immer wieder Der hat seine Längen Auch wenn ich ihn trotzdem Super geil finde Und hier finde ich Ist das Pacing echt Echt gut Das hat aber eben auch Für mich auch sehr viel Mit einzelnen Schauspielerischen Leistungen Zu tun Aber generell So die Inszenierung Finde ich eben echt Das Float Ich mag den Ähm Ja Aber Ähm Ja Jetzt erkläre ich dir mal Wie das richtig ist Ne Hau raus Ne Hat ja jeder sein Aber ich überlege gerade Ob das unter Pacing fällt Aber ich glaube Dass meine Kritik Wahrscheinlich auch Unter Pacing fallen würde Weil ich finde Dass die Entwicklung Von ihm Von Mick Jetzt in diesem Knast Wie ich schon Gerade kurz erwähnt habe Dass die mir teilweise Ein bisschen zu schnell Und zu Plötzlich vonstatten geht Und auch ein bisschen Unglaubwürdig ist Also Du hast aber schon mitbekommen Dass da Zeitsprünge sind Die nicht groß thematisiert werden Ne Ja Das habe ich schon mitbekommen Definitiv Aber trotzdem Sind bestimmte Sachen Wo ich mich frage Also ich will das nicht zu viel verraten Aber er hat ja auch Einen gewissen Zellen genossen Und der wird ja dann auch Auf einmal der Badass Wo ich dann denke Ne Der kriegt schon auch immer wieder Regelmäßig aufs Maul Naja Aber es macht keinen Sinn Dass er einen bestimmten Zehn halt nicht aufs Maul kriegt Finde ich Und da An gewissem Punkt Ist er ja so Sein Protégé Also da ist er Unantastbar Richtig Aber die sind beide Jetzt nicht so Also die stehen beide Allein auf Weiterflue Soweit ich das richtig mitbekomme Die sind so Ja für mich Ich würde jetzt schon wieder spoilern Wenn ich jetzt erzählen würde Was ich kritisieren würde Aber es ist so ein bisschen wie Rocky Der Gegen Ivan Drago kämpft Und am Ende Jubeln halt Ganz Russland Jubelt halt einem Amerikaner zu Der im Boxring steht Das ist und zwar Wirklich innerhalb von einem Match So innerhalb von zehn Minuten Und das finde ich Ist so Ist zu sehr Hollywood für mich So da denke ich so Der Sprung ist mir einfach zu radikal Ja Ich weiß was du meinst Ich finde das ist hier Gelten halt so ein bisschen Andere Regeln Als jetzt bei Erwachsenen Knast Dingern Weil es nicht nur um die Physische Größe geht Sondern halt auch schon Ein riesen Attitude Ding ist Und ich finde so Wie er inszeniert wird Ist halt klar Der Typ ist bereit Bis zum Äußersten zu gehen So du willst dich mit dem Einfach nicht anlegen Weißt du Weil in dem Moment Wo die sich einmal mit ihm Anlegen wollten Hat er die halt so auseinandergenommen Und ich meine Alter Was ist das bitte für eine geile Szene Ich finde die im Feier Die immer noch Die habe ich mir sogar Extra aufgeschrieben Ja die ist gut Weil das ist tatsächlich Wieder so ein Ding Dass ich liebe Schlägereien Ich will nicht zu viel Von dieser Schlägerei verraten Aber Ich bin wirklich so ein Mensch Ich drücke dann Stopp Und gucke es mir nochmal an Die Schlägerei Und die ist wirklich so Schön Und kreativ Ich habe so eine Art von Schlägerei Noch nie gesehen Das ist halt das Ding Allein dieser Move Nicht dass ich viele Schlägereien gesehen Doch ich habe viele Schlägerei gesehen Aber die hat mir gut gefallen Jetzt weiß ich nicht Ob das meine serbischen Gene sind Aber in dem Moment Denkst du Hey normaler Montag In dem Moment Wo er eine Münze In die Getränke auswarten Wurft Wusste ich schon Woraus sie da aus Ich wusste genau Was er damit macht Das ist natürlich so Ich finde auch Also gut Ich kenne ihn halt schon Fand es auch nicht überraschend Das ist für mich auch Ein legendäres Ding Einfach Also das wurde ja auch schon In anderen Filmen Mit halt irgendwie Seifen gemacht Ja eben Jetzt müssen wir es kurz verraten Aber Ja er packt Kohledosen In den Kissenbezug Und dann hat er eine Waffe Aber hallo Ja Aber eben Das kennt man halt irgendwie Mit Seife Mit Socken Mit einem Stück Seife In Socke Genau Oder du kennst es mit irgendwas Kleines In was Kleines Aber Junge Also Billardkugel in Socken Macht er zwei oder drei Cola Dosen In einen Kopfkissenbezug Und haut ihn dann Und das ist halt geil Auch inszeniert Wie die Dinger einschlagen Alter Das ist schon hässlich Und deswegen Mit so einer Aktion Weißt du Weil das ist ja schon Eine Grenzüberschreitung Wo eben auch Alle Umstehenden sind so Alter okay What the fuck So dem Kommen wir nicht zu nahe Und ich glaube Es ist eher so ein Attitude Ding Junge Leute Und das ist das Was glaube ich Wirklich wichtig ist Und was man nicht Vernachlässigen darf Dass es ein Jugendknast ist Junge Leute sind ja noch Viel leichter zu beeinflussen Als erwachsene Straftäter Natürlich sind junge Straftäter Mit kriminellem Hintergrund Auch wahrscheinlich eher Auf dieser Fuck you Ebene Aber wenn du erst 16, 17 bist Bist du trotzdem Schneller beeindruckt Und denkst so Okay Ich höre jetzt auf den Und darüber Erzählt sich für mich auch Dass deutlich Also körperlich Deutlich größere Typen Als der Auch sagen So hey okay Ja dann lassen wir den mal Weil der spinnt Der ist halt einfach durch Crazy Ja klar Zum Teil schon Definitiv Aber mir persönlich Ging es teilweise zu schnell Und er war ja dann Er ist dann relativ schnell Unertastbar geworden Wo ich denke so Hm Hm Weiß ich nicht Also wenn du jetzt Klein C. Browns Zum Beispiel gegenüberstellst Der ist ja eine ganz andere Statur Eben Ja Der ist ja glaube ich Auch fast ein Kopf größer Und älter Und alles Aber der hat es ja versucht Das ist ja das Schöne Okay klar Aber es war ja Der hat nämlich alle Gründe Da die Finger von zu lassen Zukünftig Ja gut Weiß ich nicht Ja klar fragt man sich dann Warum fallen die nicht mal Zu dritt in der Dusche Über den her Zum Beispiel Naja Das sind halt die Sachen Aber das ist ja das Schöne Also ich finde darüber Erzählt sich halt dann Diese Paco Nummer Total geil Weil halt klar ist In dem Moment wo der kommt So okay Der weiß noch nicht Wie bekloppt der ist Der will sich mit dem anlegen Wir feuern den an So weil jetzt gibt es einen Wechsel Ja Das stimmt Deswegen ich finde das echt geil erzählt Also auch wenn das eben so Relativ klassisch mit den Akten ist Ich finde für mich Float das gut durch Cool Ja bei mir gab es ein bisschen Abzüge in der B-Note Also ich fand ihn Nettes jetzt wahrscheinlich Auch wieder ein bisschen zu schwach Aber Ich konnte mir den gut angucken Und was ich eben mochte Ist so ein Frühwerk Mit Champagne zu sehen Weil du nämlich schon jetzt In dieser Phase von ihm Die ja noch relativ früh In seiner Filmkarriere war Siehst du halt was Ist so ein schauspielerischer Wucht Der mal wird Und du siehst in manchen Momenten So wie gut der ist Weißt du Der hat ja noch keine große Erfahrung Keinen großen Film gedreht Und das finde ich so mega Dass man hier schon gesehen hat Dass das ein krasser Schauspieler wird Ist euch aufgefallen Entschuldigung Erzähl bitte Ist euch aufgefallen Wie wahnsinnig wenig Sprechanteil der hat Er redet super wenig Er macht voll viel Mit dem Gesicht Und mit dem Körper Der redet kaum Ich habe fast Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte Ich musste ihn natürlich verteilt Auf zwei Abende gucken Gucken Ich hätte mir Wollte mir die Mühe machen Komplett seine Redezeit zu stoppen Das wäre safe Zehn Minuten maximal Wenn überhaupt Der redet super wenig Könnte man vielleicht auch googeln Das haben sich vielleicht auch schon Andere Leute Bestimmt hat das Manchmal gemacht Kann ich mir gut vorstellen Weil es auffällig ist Wie wenig er redet Aber er ist ja trotzdem Der Hauptdarsteller Und damals schon Matthew Act Er ist ja unterwegs Wollte mit dem Rollennamen Angesprochen werden Hat sich die Haare wachsen lassen Das Tattoo ist glaube ich auch echt Wollte sich Zähne rausnehmen lassen Und so Ja genau Also die Zähne abschleifen lassen Das ist halt dreckig aussehen Und seine Mutter meinte Auf keinen Fall Da hört es auf Ach krass Wie alt war der 83? Auf jeden Fall älter als 16 Ja fuck Aber trotzdem noch so alt Dass ihm seine Mutter sagen konnte Was er macht und was nicht Und er hat auch gehört Das ist keine Frage des Alters Stimmt auch Sprichst du da aus eigenen Erfahrungen Meine Mama sagt immer noch Was ich zu tun habe Geh Zähne putzen Okay Wirklich Okay So Wann ist er geboren? Wie jetzt deine Mutter Hat alle deine Tattoos abgesichert? Ich schätze Er ist 65 geboren Nee Früher 1960 60 Krass Also war er 83 23 23 Ach krass Ist ja viel jünger Und Alan Rugg war auch in dem Alter Und der sieht auch viel jünger aus Stimmt Der sah ja bei Ferris macht blau Und dann irgendwie auch immer noch aus Wie ein Teenager Ja und jetzt Succession Aber das ist ja Baby Corner ist schon lustig Hast du den erkannt? Ja Ich finde das auch so krass Also die Fresse irgendwie Dieses schmale Gesicht Obwohl der wirklich so anders aussieht Mittlerweile ist schon geil Und seit 40 Jahren spielt er den Lappen Im Film Er ist immer der Lauch Er ist immer der Lauch Ob Ferris Kollege oder sonst was Er ist immer der Lauch Ja wobei Na gut das würde Succession wahrscheinlich spoilern Also bei meinem Status ist er einfach noch ein Lappen Ja der bleibt wahrscheinlich auch ein Lappen Aber ich finde er hat seine Momente Für mich ist das eine Highlightfigur bei Succession Ja macht er gut Aber hier ja nun wirklich ein kurzer Auftritt Und ich hab Weil wir es vom Schauspiel von Sean Penn hatten Ich hab da natürlich jetzt Weil ich den glaube ich jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen hab Hab ich da explizit nochmal drauf geachtet Ob ich eben da irgendwas finde Was ich nicht gut finde Und das ist tatsächlich nur eine Szene Wo ich sag Da würde er aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch sagen Habe ich nicht optimal gespielt Oder wäre besser gegangen Darf ich raten welche? Ja bitte Ohne viel zu spoilern Ne es ist schwer Nicht viel zu spoilern Wo er dann seiner Freundin nochmal begegnet Genau das Der erste Und nur der erste Reaktionsshot Ja Nur der erste Dann in dem Moment wo sie umarmen Ist alles fein Ist der erste Reaktionsshot Das geht besser Vielleicht Nora Sehr schön Da bin ich jetzt wirklich sehr stolz Ja cool Aber dann siehst du das ja offenbar sehr ähnlich Ja Also ich meine ich bin eh Sean Penn ist für mich schon auch Mit der größten Liga Ja ist er Daniel Lewis und Co Ist er Einer der besten Deswegen ich hab Ich guck mir den Film halt echt immer noch sehr gerne an Ich find's ein geiler Film Ja ist für mich nicht Ja okay Vielleicht fehlt mir da so ein bisschen der Nostalgie-Faktor Wenn ich den damals gesehen hätte Oder mit dem aufgewachsen wäre Oder den irgendwie aus meiner Jugend kennen würde Wäre das wahrscheinlich wieder so ein Ding Aber Als Erstsichtung Ist der halt für mich nur so ein Ist es so ein bisschen so Der Vibe von Blood in Blood out Und diese ganzen Knastfilme von damals Und wenn du die mit reinnimmst Weißt du so Jugendliche die auf die schiefe Bahn gelangen Aber Wenn ich halt so Boys and Hood und Co Aus meiner Jugend kenne Und den ja zum ersten Mal gesehen habe Dann kackt der halt ab Kennst du denn bessere Jugendknastfilme? Müsste ich mal drüber nachdenken Müsste ich echt mal drüber nachdenken Weil also so mit Erwachsenen Ja Gibt's natürlich eine ganze Palette Aber so mit wirklich Jugendlichen Ja aber deswegen hat der ja nicht für mich Einen Sonderstatus Es ist ja trotzdem für mich ein Knastfilm Echt? Und dann gucke ich mir lieber Paul Newman an Als Als den hier jetzt Rein von der Qualität jetzt Also trotzdem geiler Film Aber Aber Ja Kann man gut machen Welchen meinst du jetzt mit Paul Newman? Na der Unbeugsame Achso Cool and Luke Ja ich meine jetzt Irgendein random Knastfilm Ob jetzt Flucht aus Alcatraz Oder so hin und her Die sind Für mich ist das Ich will nur sagen Das ist für mich ein ganz normaler Knastfilm Egal ob jetzt Jugendliche drin sitzen Oder Erwachsene Ja verstehe schon Okay Aber mir würde jetzt auch keiner einfallen Wo jetzt mehr Jugendliche im Zentrum sind Das heißt Du hast ihn dann so ein bisschen Mit anderen Knastfilmen bemessen Oder Ne Aber weil du gerade sagst Welche Filme kennst du noch Die Die so im Jugendknastbehandlung Das ist ja für mich nicht der Ansatz Sondern wenn dann Musst du mich fragen Welche Knastfilme ich noch kenne Und da gibt's bessere Das ist für mich jetzt kein Unterschied Was das Genre angeht Okay So meinte ich das Aber ist trotzdem cool Also man kann den machen Aber ich bin wahrscheinlich nicht so Bei dem Euphorie Bei dem Euphorie Level Wo du jetzt warst Naja für mich war Jetzt bei so einer erneuten Sichtung Tatsächlich schon auch jemand Den ich bis dahin Irgendwie immer so ein bisschen Übersehen hab Obwohl er seine Sache halt Echt geil macht Und das ist eben Seine unmittelbare Bezugsperson Auf nächster Ebene Also sein Direkter Vorgesetzter Quasi im Knast Weil der mir ja schon Auch immer wieder Ins Gewissen redet Und ja irgendwo auch erkennt Dass der nicht komplett blöd ist Und wie er das spielt Das ist schon geil Weil das ja auch Eine Gratwanderung ist Weißt du Weil der kann natürlich auch sagen Ey die wollen's alle nicht kapieren So fickt euch halt Ihr habt's eh nicht besser verdient Aber dass er sich halt Dass das in ihm arbeitet Dass ihn das nervt Dass der die Kurve nicht kriegt So oder Droht nicht zu kriegen Das spielt ja echt geil Fand ich cool Ich war auch wirklich Positiv überrascht Weil wie du weißt Ich bin wirklich ja nicht So ein riesiger 80s Fan Und auch gerade So der Die Mucke und so Das ist wirklich Meistens nicht mein Mein Ding Aber ich mochte dann So kleine Kleinigkeiten Wie diesen roten Plastik Kam in der Arschtasche Und so Sowas hat mir dann gefallen Irgendwie Fand ich's dann doch ganz Ganz süß Und dachte halt Oder hab das dann auch immer Mir versucht vorzuhalten Ja mein krass alter Der Film ist von 83 Wie waren Filme damals Oder wie Also man würde den Film Heute ja ganz anders Machen natürlich Und das darf man ja eben Das darf man ja nicht vergessen Dass der von 83 ist Und dafür war ich Wirklich positiv überrascht Dann Also ich bin da Mit keiner Erwartungshaltung Rangegangen Ich dachte halt Ach der junge Sean Penn Ja guck ich mal an So Und war dann wirklich Positiv beeindruckt Hätte ich nicht erwartet Ich hätte es auch nicht erwartet Von dir Spricht ja aber dafür Dass der Film gut gealtert ist Auf jeden Fall Bei einer Schönschlägerei Hat man mich Ja Das ist hier wirklich Eine legendäre Wenn du mich fragst Das ist super Also da gibt Die muss man sich wirklich angucken Da darf man nicht viel spoilern Es gibt eine Popelszene Es gibt eine Popelszene Jetzt sind wir wirklich In den 80ern Da will ich auch nicht Nicht zu viel Natürlich Aber ihr wisst Was ich meine Bestimmt Die mit dem Zaun Ja klar Ja genau Los kommt Licht Das steht da rum Ja und auch Dass so sein Sidekick Halt so ein Tüftler ist Und so Natürlich Diesem kleinen Explodieren Ist das ein bisschen Klischee alles Genau aber das Das ist dann halt das Was es wirklich entschuldigt Dass man sagt Ey komm der ist von 83 Ja aber du Wir haben neulich erst Shawshank Redemption geguckt Und das ist von Mitte der 90er Und bedient auch noch Solche Bilder Ja Und der ist ja auch Der gilt immer noch Als einer der besten Der beste tatsächlich Also laut IMDb immer noch Ist nicht Pate? Mhm Ach krass Shawshank Redemption ist auf 1 Pate auf 2 Ah okay Und was ich auch Fehlen mir auch während des Films Auch das ich schon abgefahren finde Weil sein Zellengenose Horowitz Der so ein bisschen So dieser jüdische Tüftler Und so Weißt du Und so Kopftyper Den spielt ja Champagne selbst In den 90ern Bei Kalitos Way Weil da ist ja Stimmt Da ist ja Al Pacino Dieser Aufbrausen Und er spielt ja Seinen jüdischen Anwalt Der ihn immer so ein bisschen Runterholt Und so ein bisschen Rational rangeht Und sagt so Ey Digga Wir müssen hier ein bisschen Diplomatisch vorgehen Mit dieser Krusty Frisur Das ist so geil Ja genau Dass er praktisch Horowitz in den 90ern Wow ja stimmt Und wechselt die Seiten Seine schlimmste Frisur In seinen Rollen Aber das spielt er auch Mega hart Ja man Ich glaube der war sogar Oscar nominiert Für die Nebenrolle Glaube ich mich zu erinnern Also wäre auf jeden Fall drin gewesen Irgendwas war da Ich habe den Den Zellengenossen gegoogelt Weil das ist so Dieses klassische Ja den kennt man Und er so Hä? Ne Der hat danach irgendwie noch Zwei andere Filme gemacht Und das war's Aber der hat so ein richtiges 0815 Gesicht Man sieht den Und denkt man kennt den Tolles Gesicht fürs Radio Ja genau Richtig cool Hat mich an Michael Imperioli Aner ein bisschen Einen kleinen Der aus Sopranos Der den Neffen gespielt hat Stimmt Der könnte mit Imperioli verwandt sein Gerade auch mit dieser Brille Die Nase Die langen schlachsigen Beine Ja Ich wollte noch kurz Die Maske teilweise bemängeln Wie die dann nach Jeweiligen Schlägereien Ausgesehen haben Das gibt ja auch Also dieses explizite Clancy Brown Gesicht ist zerkratzt Für Zwei Wochen Das hätte ich ja auch machen können Also die drei Kratzer Darauf malen Die Maske war wirklich Nicht so super fand ich Oder vielleicht war es nur Dieses zerkratzte Gesicht Was mich genervt hat Aber das hat mich genervt Fiel mir nicht negativ auf Aber fair enough Kann gut sein Ich denke auch mal Dass sowas Es hat dann auch Budgetgründe Ich kann mir nicht vorstellen Dass der wirklich teuer war Ich konnte nicht rausfinden Was der gekostet Nee ich auch nicht Ich denke auch Das war wahrscheinlich kein Kein Blockbuster damals Nee Ich habe mich auch gefragt Warum ich von dem Noch nie was gehört habe Weil der ist schon eigentlich So ein Also ich könnte Hätte mir vorstellen können Dass das so ein Film ist Den man immer wieder guckt Und der so Rocky mäßig Auch für Für eine bestimmte Jugendbewegung Und Och und Coming of age Oder Gang related Eben sowas wie Blood in Blood out Ja sowas Ja aber war in meinem Umfeld Tatsächlich auch so Ach so Also da haben den alle gefeiert Okay Deswegen habe ich den auch Mehrfach gesehen Krass ich habe noch nie gehört Also ich muss zugeben Ich habe mir was anderes vorgestellt Ich dachte tatsächlich Das wäre so ein Beverly Hills Cup Nur 48 Stunden Mit Champagne Irgendwie so ein Buddy Ding Also laut Cover Und Zeit und so Dachte ich Okay der hat damals wohl auch So eine Krimi Komödie gedreht Und so Bad Boys Titel Klein und gefährlich Weißt du Klingt auch nicht Gerade nach einem Drama Ja deswegen habe ich doch so gelacht Über diesen deutschen Titel Als ich das Weil das hatten wir doch neulich erst Dass wir den irgendwo gesehen haben Ich wusste auch nicht Dass der auf Deutsch so heißt Klein und gefährlich Klingt auch wirklich Wie so ein Leslie Nielsen Ding Voll ja Ja gut Wollen wir mal Punkte vorlesen Achso 123 Minuten geht Bad Boys Können wir nochmal erwähnen Und was wir noch nicht gesagt haben Ist Wer uns in diesem Film In den Ring geworfen hat Und Grüße gehen nach Köln An unseren Hip Hop Fan Markus Ja Der hat nämlich Bad Boys hier vorgestellt Und ich hoffe Dass wir ein bisschen Deliveren konnten Hier zu dritt Also die Punkte IMDB 7,2 Metascore 53 Rotten Tomatoes ist bei einer 7 Von 10 3,9 Von 5 Gibt's vom Publikum Und leider wogst 3,5 3,5 Und jetzt lösen wir auf Bei mir war es Eine 7 Mhm Wo steht ihr? Ich habe eine 8,5 Tatsächlich Was? Ich war Alter Aber das Kriegt auf jeden Fall Erstmal die Faust von mir Weil ich bin bei einer 9 Oha Du bist bei einer 9 Ja Okay So euphorisch Ich fall aus allen Wolken Oh ich sehe gerade In meinen Notizen Ich habe mir Ja nur so kleine Sachen Immer während des Guckens aufgeschrieben Mhm Und wie gesagt Das meiste Was wir besprochen haben Steht hier drauf Ich habe mir noch aufgeschrieben Dass der Clancy Brown Mich auch an Finch asozial erinnert Von der Frisur Okay Grüße gehen raus Ja Grüße an Finch Lustig Geile Schlägerei Steht hier Oha Horas Notizen Geile Schlägerei Ist wirklich Dein Homeheit Dein Homeheit Jetzt hat tatsächlich Guess am meisten Wiese mitgenommen hier Ach du Scheiße Bei der Aktion Oh das ist so ärgerlich Und wieder bis dahin geführt Oder? Ne Ne Das nicht Okay Diesmal waren wir gleich auf Was mich aber gerade ärgert Ist wenn ich eure beiden Tipps Vertauscht hätte Hätte ich Richtig gelegen Also ich habe ja dich Bei achteinhalb gesehen Und Nora bei sieben Ach genau umgekehrt Es ist genau umgekehrt Lustig Witzig Also Guess hat dreieinhalb Miese mitgenommen Aus der Aktion Und Ich habe den tatsächlich sogar Weiterempfohlen Schon danach Ey ich habe random Den und den Film geguckt Den musst du gucken Der ist cool Ist auch ein 80-Fan sein Ne Es ist einfach passiert Aber genau Ich glaube ich werde auch Altersmild Und fange jetzt erst an Die große weite Welt Der 80s Filme Vielleicht zu mögen Naja dann Bist du richtig bei uns Ich habe zu tun jetzt Soli war noch am Vorlesen Der Punkte Entschuldigung Ne Zwischen ausgerechnet Alles gut Also Nora und ich haben Drei Miese mitgenommen Mir Bei der Aktion Und damit ergibt sich Ein Endstand Von 5,5 Für Nora 4,5 Für Guess Und 4 für mich 4 für dich Knapper Sieg Für Lee Ja 4 zu 1,5 Und du 5,5 Ja Haben wir uns heute Alle nicht mit rumbekleckert Ja Ne Also bei der Gemeinsamen Nummer Da haben wir ordentlich Punkte gesammelt Ey geil Da haben wir ein bisschen Fehlern gelassen Ja das freut mich Dass Nora so viel Spaß hatte Mit dem Film Ich war wirklich überrascht Niemals hätte ich gedacht Du bist beim Achtner Ich auch nicht Ich dachte boah Du wirst dich hier durchquellen Mich irritiert eher so ein bisschen Das Guess Das so gar nicht gefühlt hat Oder zumindest nicht so Also dass du hier Wie nah beieinander Hast du die beiden Filme Gleiche Punkte wie John Q Alter Ja gleiche Punkte wie John Q Richtig Um Gottes Willen Ey Auch hier konnte ich mich Konnte ich sympathisieren Mit Leuten die in den Knast kommen Und jugendlich sind Aber anscheinend nicht Obwohl ich nicht im Knast bin Oh Mann Lustig Ja Ne ich fand den Ich fand den charmant Neun Alter Okay Da bin ich ja gar nicht Ja no shit No shit Sherlock Echt Okay 7 Punkte für Bad Boys Na gut Trotzdem danke an Markus Also ich hab den gerne Zum wiederholten Mal geguckt Ja war ja kein Reinfall von mir Außerdem Hab ich hier glaube ich schon mehr Filme verteidigt Bis auf Blut Die du wieder rumzerrissen hast Von Markus Also insofern Seien die bitte ruhig Ja war es doch schön Dann gibt es ja den Gerechten Ausgleich Eben Blutkopf und Badkopf wechseln Wechseln wir auch ab und zu mal die Rollen Mensch Nora Lustig war es wieder Danke für die Einladung Sehr gerne Ja darfst gerne öfter kommen Ja Wenn du kannst Jederzeit Wir haben auch erfahren Nora hat sich neuerdings Vor kurzem ein USB-Mikro gekauft Insofern Ah ja Können wir sie zur Not Doch mal ranschalten Okay cool Dann hören wir dich vielleicht mal öfter hier Weil die Version gibt es natürlich auch noch Wenn du Ja aber Wenn du siehst Ja aber wenn du siehst Auch nicht so weit wie Österreich Kriegen wir hin oder Ja Denke auch Außerdem an diesem wertvollen Tisch zu sitzen Entschuldigung Ja wo anscheinend schon so prominente Menschen saßen An dem Tisch hatte Komplett verdrängt Schokaden geworfen haben Richtig Ja Aber jetzt wo du es sagst Ja ich erinnere mich Erinnerst du dich? Ja man Ja hier fand auch schon mal eine Pokerrunde statt Als ich noch gepokert habe Schummrige Schummrige Pokerrunde hier Bei Lee Schummrig gleich Okay Gut In diesem Sinne würde ich sagen Wir weisen nochmal auf Steady und Patreon hin Dass man uns da finanziell unterstützen kann Monatlich Und man kriegt dafür Sonderepisoden Auftragsfilme So wie der hier gerade besprochene Man darf Lose reinschmeißen Und was noch so alles gibt Also da gerne mal über den Linktree reinschauen Kommen sie Kommen sie Kommen sie ran Und kommentieren sie auch bei Instagram Und bei Wie bei wo es geht Und wenn die Bewegtbildbarnausen Mit einem Bollerwagen Durch die Stadt touren Dann kaufen sie unsere Tinkturen Kaufen sie Tinkturen Für Bartwuchs Wir kommen irgendwann echt noch auf 5 oder 6 Bs Wenn wir so weitermachen Das ist unser Bewegtbildbarnausen Bollerwagen Duxbash Sehr gut Schnell weg Mal gucken wann wir die meisten Bs zusammen haben Ja voll gut Wir spinnen das weiter Die Hashtags werden einfach immer um ein B erweitert So sieht es aus Sehr gut Aber heute sind wir erstmal raus Danke Nora Hast du noch irgendwas von dir zu geben? Willst du noch was loswerden? Einkaufsliste? Irgendwas? To do Irgendeinen Aufruf? Hast du irgendwas zu verkaufen? Eine Tinkture für Bartwuchs Nein Ein paar Lifehacks Nichts Ja irgendwelche Lifehacks vielleicht noch? Nehmt Sonnenschutz Geht schlafen Gutes Schlusswort Nehmt Sonnenschutz und geht schlafen Auf jeden Fall Zählt Klebt aber im Bett Das klingt auch schon wieder nach Erfahrung Ja Warum gehst du denn mit Sonnenschutz ins Bett alter? Hat es doch gerade gesagt Nehmt Sonnenschutz Geht schlafen Ja und warum hast du das schon mal gemacht In der Kombination? Im Urlaub Weil ich müde war Doch im Urlaub Und da wollte ich mich vorher noch ein bisschen einkriegen Im Urlaub Ich bin in der Sonne ganz müde geworden War anstrengend Mittagsschlafen Weißt du so Ganz aktiv Heute gehe ich zum Pool Da kriege ich mich erstmal ein Nein ich gehe doch schlafen Ja So ist es passiert Ja aber vielleicht Man kann ja auch in der Sonne einschlafen So ist es ja nicht Also es muss ja auch nicht zwangsläufig im Bett sein Weißt du? Man kann sich einkriegen und in der Sonne schlafen Würde ich damit sagen Also insofern Du gehst wieder davon aus Dass man sich zudeckt Und es ist Nacht ist draußen Aber dann ist doch egal Ob es klebrig ist Ja ist es ja auch Gut dass wir darüber gesprochen haben Ihr könnt euch Einigen wir uns darauf Dass ihr euch selber Dass ihr selber entscheidet Ob ihr euch einkriebt oder nicht Und Nee unbedingt eincremen Auf jeden Fall Auch wenn ihr schlafen geht? Nee ich finde dann braucht man Also wenn ihr rausgeht Cremt euch ein Okay Okay Wenn ihr rausgeht Cremt euch ein Das ist das Schlusswort jetzt aber Wirklich Junge Junge Das ist auch nicht bescheid Das Schlusswort Aber von kurz Tschüssi Tschüss Bewegt Bild Banausen Tschüssi Tschüssi